Die arme Spitzenklöpplerin von Alexandra von Bayern Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. An einem prächtigen Sommermorgen wanderten wie gewöhnlich unter den alten, schattigen Pappeln und Platanen des Marienbader Kurplatzes zahlreiche Badegäste, mannigfaltig an Stand, Alter und Aussehen. Alle waren teils von nah, teils von weiter Ferne herbeigeeilt, um ihre Zuflucht zu den dortigen Heilquellen zu nehmen, von denen sie Linderung oder Befreiung ihrer Leiden hofften. Die ausgezeichnete österreichische Militärmusik stimmte das Valhalla-Lied an. Darauf folgte ein Siegesmarsch, der alle Zuhörer mit Begeisterung erfüllte und in fröhliche Stimmung versetzte. In den Lüften verbreitete sich der süße Wohlgeruch von Rosen, Lilien und der kleinen Reseda, nebst anderen Blüten, welche in Sträuße gebunden von den Blumenverkäuferinnen mit einladenden Worten feilgeboten wurden. Unter den vielen Kurgästen wanderte auch eine junge, schöne Witwe die Allee auf und nieder. Sie war in reiche Seidenstoffe gekleidet und ihr zartes Antlitz zeigte keine Spuren des Verblühens. Dennoch lag in dem schönen Auge eine tiefe Schwermut. Alles, was die anderen Gäste so fröhlich stimmte, Musik, Sonnenschein und Blütenduft, schien keine Macht über sie zu üben. Mechanisch, teilnahmslos wanderte sie dahin, füllte den Becher aus der Heilquelle und lehrte ihn, aber ihre traurigen Minen schienen zu sagen, für meine Leiden gibt es keine Heilung. Jetzt näherte sich eine blasse kleine Spitzenklöpplerin derselben mit der schüchternen Bitte, ihre mühevolle Handarbeit zu beachten und ihr einen Erlös zu geben. Aber die Dame war zu sehr mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, um die flehenden Blicke zu beachten und wandte sich unbarmherzig zur Seite. Die bescheidene Kleine wagte keine zweite Bitte mehr und begab sich stillschweigend zu einer hölzernen Bank, wo sie ihre Ware sorgfältig ordnete. Nach einer Weile kam die Witwe in der Absicht, ihren Trinkbecher mit dem heilsamen Wasser füllen zu lassen, wieder an dem Mädchen vorüber. Dasselbe blickte sie mit ihren müden, geröteten Augen so flehentlich an, dass sich im Gesichte der reichen Witwe ein Gefühl des Mitleids zeigte. Aber leider folgte sie nicht diesem Winke von oben, sondern setzte ihren Weg fort, indem sie die Blicke der Flehenden absichtlich mied. Diese kleine Szene hatten zwei Damen bemerkt, wovon die eine zu ihrer Begleiterin nun sprach. Wie beklagenswert ist doch diese reiche Frau seit dem Tode ihres Gatten, der vor zwei Jahren plötzlich von ihrer Seite gerissen wurde. Von diesem Augenblicke an verlor das Leben für sie allen Reiz. Die Musik scheint für sie ohne Klang, die Blumen ohne Duft zu sein. Alles bietet ihr nur eine traurige Mahnung an das entschwundene Glück. Beim Anblicke des Versammlungssaales, wo sie früher mit ihrem Gatten so frohe Stunden bei kleinen Bällen und Konzerten zubrachte, wird sie stets von einer peinlichen Aufregung ergriffen. Ja, sie, die einst die Mutter der Armen war, welche jeder Schmerz der Mitmenschen tief bewegte, ist nun vom eigenen Schmerze so ganz und gar beherrscht, dass sie keine Freude am Wohltun mehr findet, worin für sie doch eine heilsame Quelle des Trostes läge, heilsamer als der Mineralquell, denn ihr Leiden kommt aus der Seele. Die Dame hatte eben ihre Betrachtungen vollendet, als die Witwe wieder an der Spitzenklöpplerin vorüberging. Abermals begegneten die missvergnügten Augen jenen traurigen, aber friedlichen der armen Spitzenklöpplerin, und abermals vernahm die Dame in ihrem Innern die zur Barmherzigkeit mahnende Stimme. Dieses Mal gehorchte sie derselben und näherte sich freundlich der jugendlichen Bedrängten. Aufmerksam beschaute sie die geklöppelten Spitzen und kaufte den ganzen Vorrat unter freundlichen Worten. Bereits war sie im Begriff für ihren gewohnten Gang durch die prächtigen Alleen fortzusetzen, als sie in der Hand des dürftig gekleideten Mädchens ein Stücklein hartes, außergewöhnlich schwarzes Brot erblickte. Teilnehmend frug sie »Besteht darin dein ganzes Mittagsmahl, armes Mädchen?« Dieses entgegnete mit ungekünstelter Zufriedenheit »Freilich muss ich damit bis zum Abend ausreichen, aber es gibt Tage, wo es mir nicht so gut wie heute geht.« Dann fügte sie mit einem leisen Seufzer hinzu »Einstens, als ich noch ein Kind war, da kannte man in unserem Hause nichts von Hunger und Not, da loderte stets zur Winterszeit ein lustiges Feuer im Ofen, und es verging kein Weihnachtsfest, wo mir nicht von den guten Eltern ein bunt geschmückter Christbaum angezündet ward. Aber seit dem Tode des Vaters hörte das alles auf. Da kehrte bei uns die Not ein, und die Mutter bezog mit dem alten Großvater und mir zwei Dachstübchen. Bald ward sie von einer schweren Krankheit heimgesucht, an der sie noch da niederliegt, und der zurückgelegte Notpfennig musste für den Arzt und die Apotheke verwendet werden. Zum Glück kann ich doch meine Mutter mit Pflege und Handarbeit unterstützen, obwohl leider nicht so viel, als ich gern möchte, denn mit Spitzenklöppeln verdient man sich ohne dem nur sehr wenig, und ich habe nebenbei alle häuslichen Geschäfte zu besorgen. Oh, wenn nur meine Augen aushielten, aber ich fürchte nicht mehr lange in der Nacht arbeiten zu können. Als Kind war ich auf dem linken Auge ein paar Jahre hindurch fast blind, und nun fängt es wieder an, mich heftig zu schmerzen. Diese einfache Erzählung machte sichtbaren Eindruck auf die reiche Witwe. Es war ein dem ihren verwandtes Unglück, und doch wieder wie verschieden in Reichtum und Armut. Freundlich ergriff sie die Hand des Mädchens und sagte, »Willst du mich zu deiner Mutter führen?« Mit Freude pochendem Herzen geleitete nun Johanna, so hieß die kleine Spitzenklöpplerin, die unbekannte Dame auf einen schmalen Wiesenpfad, der an ein ärmliches, aber mit einem kleinen Blumengarten umgebenes Häuschen führte. Sie stiegen eine leiterähnliche Treppe hinan und gelangten in eine Dachstube, wo die Kranke ihre abgezehrten Arme der eintretenden Tochter entgegenstreckte und ausrief, »Mein Kind, mein gutes Kind, warum bliebst du heute so lange aus?« »Verzeih, Mutter, dass ich dich warten ließ, aber anfangs verkaufte ich lange nichts. Dann hat jedoch Gott mein Tagewerk ungewöhnlich reich gesegnet.« Mit diesen Worten zeigte Johanna die glänzenden Guldenstücke und wies zugleich auf die Dame, indem sie beifügte, »Sie, diese gütige Frau, hat mir alle vorrätigen Spitzen abgenommen. Die Leidende hatte bisher die Begleiterin ihrer Tochter nicht bemerkt und sagte nun, »Gott vergelte es ihnen hundertfältig.« Die Dame setzte sich nun neben dem spärlichen Strohlager nieder. Während sie sich nach den Bedürfnissen der armen Familie und nach dem alten, blödsinnigen Großvater, der in der Nebenkammer lag, erkundigte, ward die Kranke wieder von einem heftigen Schmerzanfalle ergriffen. Indessen die fromme Dulderin vor Schmerzen stöhnte, blickte sie doch vertrauungsvoll zum Himmel. Nun legte die aufmerksame Tochter ein kleines Kruzifix in die gefalteten Hände ihrer Mutter. Diese küßte andächtig die Merkmale der fünf Wunden des Heilandes, indem sie mit matter Stimme sprach, »Du hast für mich so viel gelitten und ich will für Dich so gar nichts leiden.« Bei diesen frommen Worten regte sich plötzlich in dem Herzen der reichen Witwe eine tiefe Beschämung und sie sprach zu sich selbst, »Ach, wie trage ich dagegen das Kreuz, welches mir mein Heiland aufgelegt hat, und dass ich ihm freudig nachtragen sollte.« Seit dem Tode meines geliebten Gatten versäumte ich sogar ihm in den Armen und Leidenden, welche uns doch stets gleichsam ein Empfehlungsschreiben von Gott bringen, zu dienen. Von Barmherzigkeit beseelt entfernte sich nun leise die Dame. Aber ihr Gang galte Abhilfe jener Not, die sie soeben gesehen hatte. Nach wenig Stunden wurden in die engen Dachstübchen zwei gute Betten und zweckmäßige Lebensmittel getragen. Oh, wie behaglich fühlte sich die Kranke auf dem neuen Weichenlager, und sie empfand sogar ihre Schmerzen weniger. Früh am anderen Tage kam die reiche Dame wieder die schmale Stiege herauf, erkundigte sich nach dem Befinden der Kranken, brachte der augenleidenden Tochter ungebleichte Baumwolle, damit sie hievon der Mutter eine warme Bettjacke stricken könne, und versprach, so lange für zweckmäßige Arbeit sorgen zu wollen, als ihre Augen Schonung bedürfen würden. Zugleich legte sie eine kleine Geldsumme in die Hände der verschämten Armen, wodurch der Not gesteuert wurde, denn sie hatte vom dortigen Seelsorger, bei welchem sie Erkundigungen einzog, vernommen, wie sehr diese Menschen ihres Erbarmens würdig waren. Der letzte Tag vor der Abreise dieser reichen Witwe war angebrochen. Der Himmel war grau, die Luft nasskalt, ein rauer Wind schüttelte von den hohen Zweigen die unreifen Früchte zur Erde herab. Die Blumen hatten vom heftigen Hagelschauer des Gewitters gelitten, und die Musik ertönte in einer melancholischen Weise. Zum letzten Male wandelte die reiche Witwe unter den Bäumen des Kurplatzes. Aber wie gänzlich verändert erschien heute ihr Aussehen. Ihre Wangen waren sanft gerötet, ihr Schönes, ehedem so düsteres Auge blickte klar, heiter und ruhig um sich. Mit Freuden lauschte sie der Musik, mit Freuden betrachtete sie die Blumen, aber mit noch größerer Freude empfing sie die dankbare Spitzenklöpplerin, welche ihr aus herzlicher Erkenntlichkeit einen schön gewundenen Efeukranz überreichte. Woher kam diese günstige Veränderung? Die reiche Witwe hatte im Marienbade noch ein größeres Gut als die Gesundheit des Leibes. Sie hatte die innerliche Genesung ihrer Seele wieder erlangt, und zwar in der Heilquelle, die da heißt Barmherzigkeit. Ende von Die arme Spitzenklöpplerin Gelesen von Alice Stein Frankfurt 2024 Die Frau von Wilhelm Jensen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Nach einem kleinen herrenden Nähe von ausgezeichneter Feinheit verfiel das von Wein lebhaft angeregte Gespräch auf die Frauen. Die Teilnehmer waren fast ausschließlich Junggesellen, Jüngere und Ältere, sämtlich in hervorragenden sozialen Stellungen wie von höherer Bildung und hatten bei vorausgegangenen Unterhaltungsgegenständen nicht nur den Besitz von Geist, sondern auch mehrfach den von Gemüt an den Tag gelegt. Sie erörterten ihre Anschauungen des weiblichen Geschlechtes ohne Voreingenommenheit. Sine Ira et Studio in durchaus objektiver, nur Tatsachengeltung zu erkennender Weise. Die Wendung des Gespräches war von einer aufgeworfenen wissenschaftlichen Frage ausgegangen, auf die ein anwesender Physiolog Antwort erteilt hatte. Er bestätigte, das Gehirn der Frau erweise sich mit seltenen Ausnahmen von geringerem Umfang und Gewicht als das des Mannes. In der Zahl der Ganglien wie in der Länge der Gyri würden durchaus mit Notwendigkeit Unterschiede zu Ungunsten des Weibes bedingt, deren unvermeidliche Folge eine weniger umfassende Funktionierung ihres Gehirns, besonders auf dem Gebiet geistiger Tätigkeit bilde. Die Frau werde dadurch unfähig in den wissenschaftlichen Disziplinen, den strengen Gedankenoperationen überhaupt, der höheren Arbeit des Denkens, einen Wettbewerb mit dem Manne aufzunehmen. Die Belege dafür ergab die allgemeine Weiterbehandlung des Gegenstandes von verschiedenen Seiten. Die Geschichte lehrte, dass der Fortschritt der Menschheit niemals von einem Weibe gefördert worden sei. Wo eine Frau durch ihre Geburtsstellung berufen gewesen, in die staatliche Entwicklung von Völkern einzugreifen, war sie fast ausnahmslos immer subjektiven, persönlichen Eingebungen gefolgt, hatte ihre eigentliche Aufgabe nicht begriffen und, kritisch betrachtet, ihre Macht zum Unheil der ihrer Obhut an Vertrauten ausgeübt. So verhielt sich das Verständnis des weiblichen Geschlechts aller Stände in der Vergangenheit und Gegenwart überall der Politik, den geistigen Problemen und großen, gewichtigen Fragen des Menschenlebens gegenüber. Dass es logischen Schlussfolgerungen unzugänglich sei, Beweisgründe, die ihm widerstrebten, nicht zu fassen vermöge, hatte man allzeitlich selbst oft genug erfahren und stand außer Zweifel. Von dieser wissenschaftlichen Feststellung wandte die Betrachtung sich auf die Charaktereigenschaften der Frau, die im großen Durchschnitt stets einen ähnlichen Mangel ergaben. Jeder zog Beispiele und Belege aus seinem Kreise an, ohne Namensnennung. Man verfolgte durchaus keine persönlichen Tendenzen, allen war es allein um die Konstatierung des Tatsächlichen zu tun. Eine halbe Ausnahme erlaubte sich darin nur der Hausherr, in dem er äußerte, Sie kennen wohl sämtlich Frau N., meine Herren. Ich bezeichne Sie nicht näher, doch vermutlich werden Sie wissen, wen ich meine. Ich glaube, man kann sie gleichsam als Paradigma ihres Geschlechts, wenngleich ich füge es hinzu, als ein über das Durchschnittsmaß hinausgehendes in Bezug auf die weibliche Inferiorität aufstellen. Sie bildet eine Verkörperung der Unvernunft und der Unfähigkeit durch Beherrschung ihrer zahllosen Schwächen sich selbst Widerstand zu leisten. Kein ernster Gegenstand findet bei ihr ein Interesse und Verständnis. Sie geht an nichts als sich selbst denkend völlig im Kleinlichen und Nichtigen auf. Vom Spiegel über ihre äußerliche Schönheit unterrichtet, zeigt sie sich in höchstem Maße eitel, selbstgefällig und putzsüchtig, sucht durch kokette Kunstgriffe die Augen und Wünsche der Männer auf sich zu ziehen. Ihrem eigenen Geschlecht gegenüber ist sie verkleinerungssüchtig und neidisch auf fremde Vorzüge. In ihrem Hause wird sie von Rechthaberei und Laune beherrscht, welche ihrem Mann das Zusammenleben oft kaum erträglich machen müssen. Es lässt sich als unabwendlich voraussehen, dass sie ihre beiden kleinen Töchter zu der nämlichen inneren Tollheit und Selbstsucht heranbilden und der Gestalt ihrer Art fort erhalten über kommende Generationen weiter verbreiten wird. Ein solches Paradigma ist in der Tat wohl imstande uns in der von uns gewählten Lebensführung zu rechtfertigen. Die angedeutete Dame war allen Hörern bekannt. Jeder pflichtete der von ihr entworfenen Charakteristik bei und befestigte diese durch Mitteilung einzelner noch nicht erwähnter Züge ihrer Wesens Offenbarung. Nur eine Stimme äußerte, als man den Gegenstand erschöpft hatte. Sie sprechen von etwas Gewesenem, meine Herren. Inwiefern? Ich habe es auch erst heute erfahren. Die Frau M. ist aus dem Sommeraufenthalt, den sie mit ihrer Familie in den Alpen genommen, nicht wieder zurückgekehrt. Der Arzt hatte ihren Mann eines Fußleidens Willen dorthin geschickt. Ach, sie wird ihn um eines Liebhabers Willen verlassen haben. Zuhalb, die ihrigen befanden sich auf einer weite Matte und wurden von einem wütenden Stier angegriffen. Der Mann war durch sein Übel verhindert, sich rasch zu bewegen und mit den beiden kleinen Mädchen zu flüchten. Frau N. kam in dem Augenblick hinzu, lief dem Stier entgegen und schlug mit ihrem Sonnenschirm sie mit seinen Hörnern. Darum ist sie nicht zurückgekehrt. Der Mitteilung folgte ein kurzes Schweigen. Dann bemerkte der Hausherr, eine echt weibliche Unvernunft zu glauben, dass sich das wütende Tier durch einen Sonnenschirm schrecken lasse. Sie hätte besonnen die Verrücktheit dieses Verfahrens einsehen und sich man weiß wie leicht beweglich sie ist, der Gefahr entziehen sollen. Dafür reichte wohl das Gehirn der Frau nicht aus. Und der Mann und die Kinder sind ebenfalls zugrunde gegangen? Nein, während der Stier die Frau tötete, verging eine kurze Frist, in der Hilfe herbeikam und ihr Leben war gerettet. Ende von Die Frau Innerliche Kultur Aus Das lebendige All von Dr. Bruno Wille Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Auf Banken, Hotels und Restaurants, Droschken und Bediensteten. Für den buddhistischen Mönch indessen ist solche Weltlichkeit nichts als der Kultus eines Wahns, der den Menschen von wahrer Freiheit ablenkt. In einer Sammlung buddhistischer Lieder heißt es, im Waldeschatten voller Duft, in kühler Höhle, felsenhart, da will ich baden, quellenkalt, da will ich wandeln, ganz allein, einsam, zufrieden, ohne Freund, vom großen Walde nur begrüßt, seh nicht mich nach der Seelenruh, wo alles Venen ist versiegt. Indem ich auf den Eremiten hinweise, will ich nicht die Weltflucht preisen, aber die moderne Kultur halte ich keineswegs für eine Heilswahrheit, vielmehr für einseitig und ergänzungsbedürftig. Es ist eine vorwiegend äußerliche Kultur. Ihr gegenüber betone ich die innerliche. Diese beiden Charaktere entsprechen den beiden Grundformen unseres Lebens. Wir sind einerseits Körperwesen und erleben andererseits eine geistige Welt. Interessiert uns mehr die Sinnfälligkeit, so richtet sich unser Trachten nach außen, auf die Objekte, im anderen Falle nach innen, ins Reich des Subjektiven. Auf der einen Seite gewinnen wir Bewältigung der Masse, Erfindungen, staatliche und wirtschaftliche Erfolge, sinnlichen Genuss und Komfort. Besonders viel in diese Richtung hat es 19. Jahrhundert geleistet. Es hat die Maschine, die Naturforschung und Naturbeherrschung, das Militär, den Verkehr, die realistische Bildung, das politische Leben großartig entwickelt, hat das eiserne Ringen der Staaten um Macht, den bürgerlichen Reichtum und den Zentralismus im Volksleben großgezogen. Die Riesenstadt, die machtvolle Industrie sowie erstaunlich verwickelte und zuverlässige Organisationen der Arbeit, des Verkehrs und des geselligen Vergnügens geschaffen. Was uns jedoch fehlt, ist Verinnerlichung, subjektive Kultur, das stille, tiefe Glück innerer Harmonie. Es liegt mir durchaus fern, das christliche oder buddhistische Büßertum neu erwecken zu wollen. Einen Irrweg sehe ich in der Abtötung des Fleisches. Nicht die Sinnlichkeit abzustreifen gilt es, sondern sie zu veredeln. Und wenn Menschen nach Selbstbeherrschung streben, so ist das gewiss ein erhabenes Ziel. Nur sollten sie alle unfruchtbare Askese durch praktische Liebesdienste an der bedürftigen Menschheit ablösen. Ich verwerfe die mönchische Gebetsvirtuosität, den jesuitischen Kadavergehorsam, die pfeffische Tyrannei und Volksverblödung. Indessen erkenne ich an, dass Zeiten, die jenes Eremitentum ausbildeten, vor unserer Gegenwart etwas voraus hatten, die Schätzung innerer Kultur. Man empfand und beherzigte damals eine Weisheit, die unser passionierter Großstädter kaum mehr spürt, das nämlich nicht draußen, sondern im Gemüt der Sinn des Lebens erobert und das Reich der Freiheit, Vollkommenheit und Seligkeit erschlossen wird. Gleichwohl darf man sagen, dass diese Weisheit in der modernen Zeit nicht ganz verloren gegangen ist, vielmehr aufs Neue keimt und sich entfaltet. Aus dem Getümmel der Straßen, aus dem Tosen der Maschinen und dem Geschwätz der Restaurants hört manches Ohr die Frage raunen. Soll das immer so weitergehen? Wohin zielt unsere Kultur? Wozu all dies Getriebe? Welchen Sinn hat es? Verfolgt mein Menschenleben und das Weltall überhaupt einen Sinn oder ist es ein großer Unsinn. Je mehr Millionen und je mehr Macht die modernen großen Anhäufen, desto deutlicher müssen sie empfinden, dass ihr Glück hierdurch nicht gesteigert wird. Dass ein Riesenvermögen vielmehr die Tendenz hat, seinen Eigentümer ähnlich dem Rädchen einer Maschine zu versklaven, während zugleich Übersättigung die käuflichen Genüsse abstumpft. Was aber die Armen betrifft, die 10 bis 14 Stunden Tag ein Tag aus schwer und einförmig arbeiten müssen, ohne Anteil an den höheren Gütern und feineren Genüssen zu erlangen, ohne vor Arbeitslosigkeit und bitterer Not gesichert zu sein, so erwacht in ihnen immer lebhafter das Bewusstsein, dass eine Kultur unsinnig ist, die dem Proletariate hauptsächlich die Rolle zuweist, als Dünger von den Gewächsen des sozialen Treibhauses verbraucht zu werden, so dass die Menschenwürde im Verbrauchten nichts mehr gilt. Der Mittelstand fühlt sich nun freilich verhältnismäßig wohl, er ist genussfähig, gebildet und hoffnungsvoll. Doch ihnen stachelt die Furcht vor der Armut und die Begierde nach Reichtum, so dass er selten innere Harmonie findet. So pendelt er zwischen den beiden Extremen unserer Gesellschaft. Sinkt er in der sozialen Stufenordnung, so verliert sein Leben in seinen Augen an Wert. Steigt er, so wird er doch gewöhnlich nicht befriedigt, da er immer noch höhere Stufen über sich sieht und schließlich dem schon erwähnten Zustande der Blasiertheit und Unfreiheit verfällt. Skula hier, Charuptes dort. Die Mittelstraße des wohlhabenden Privatmannes aber ist geflastert mit Langweiligkeit und Filistertum, zuweilen auch noch mit dem beschämenden Bewusstsein, ein unproduktiver Verzehrer zu sein. Doch gleich viel, welchen sozialen Posten wir einnehmen, jeder von uns, der nicht gedankenlos in den Tag hinein lebt, findet einmal eine Stunde innerer Einkehr. Vielleicht in schlafloser Nacht oder in gefährlicher Krankheit oder am Sager eines lieben Menschen. Und dann gesteht er sich wohl, da müht man sich in rastloser Arbeit, da sorgt man, hofft man, begehrt man, da hascht man nach Genuss und wird so oft schmerzlich enttäuscht. Da schwärmt man von Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Recht und weiß doch nicht, ob solche Ideale mehr als närrische Illusionen sind. Da hört man allerlei Lehren über den Wert des Lebens und über das Verhältnis des Einzelnen zum Weltall. Doch man weiß nicht, auf welche von diesen Lehren man sich verlassen darf. Da grübelt man nun selber und schwankt in tausend Zweifeln und Unbegreiflichkeiten. Und während man sich so quält, einen Sinn in dies verworrene Dasein zu bringen, verrinnt die Zeit. Man wird älter, Gefahren lauern ringsum und brechen tückisch hervor. Das Herz verliert seine kindliche Frische und Unschuld. Zu weinen bleibt ihm nur die Wahl zwischen Verzichten und Verzweifeln. Endlich bläst der Tod unser Lichtlein aus und im Grabe werden wir Staub, während Drogen die laute Welt in ihrem Lebenstaumel uns vergisst. Welchen Sinn hat das alles? Urgrund, der du mich geschaffen, der du mich ausgestattet hast mit Vernunft und heiliger Sehnsucht. Hilf mir das bange Rätsel zu lösen. Verbreite Licht über die Zusammenhänge des Weltalls, dass ich es anschaue und dass ich sehe, wie ich dem Ganzen eingeordnet bin. Mit solcher Grübelei verbindet sich wohl eine Sehnsucht, wie sie Goethe in seinem Nachtlieder des ruhelosen Wanderers ausspricht. Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest. Den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Vielleicht suchen wir den süßen Frieden in jener Religion, die sich für die Pförtnerin des Himmels ausgibt. Doch wir finden ihn bei ihr schwerlich. Falls wir uns nicht dazu entschließen, unserem Verstand bedeutende Errungenschaften der Forschung und unsere moralische Selbstbestimmung unter die Autorität der Glaubenssätze zu beugen. Können wir das nicht und halten wir die Freiheit unserer Überzeugung hoch, so müssen wir die kirchlichen Dogmen mit ungläubigem Kopfschütteln beantworten. Denn beispielsweise verträgt sich das Dogma von dem äußerlichen, überweltlichen Gotte, dem Schöpfer, Erhalter und Beherrscher des Weltalls nicht mit unserer Wissenschaft von der Erhaltung der Energie und von den Gesetzen, die unzertrennlich zum Wesen der Natur gehören. Die Lehre vom Sündenfall widerspricht der Behauptung, dass der Schöpfer der Menschheit allwissend, allmächtig und allgütig sei. Und vollends die Lehre, dass wir Menschenkinder die schlechte Veranlagung Adams und Evas, die doch eigentlich ihrem Schöpfer zuzuschreiben ist, unvermeidlich ererben, um hinterher nicht etwa Entschuldigung und Entschädigung, sondern Strafe, vielleicht gar ewige Höllenqual zu finden. Gegen eine solche Theologie lehnt sich sogar ein Gemüt auf, das so milde und versöhnlich ist wie unser Fechner. Denn er sagt, an eine Verderbnis des ganzen Menschengeschlechts, ja der ganzen Natur, als Folge von Adams Apfelbiss, an einen Gott, welcher des Kreuzes Todes seines Sohnes bedurfte, um sich wegen der Schuld der von ihm selbst mit sündigen Trieben geschaffenen Menschen versöhnt zu finden, an eine ewige Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, welche über zeitliche Sünden und mangelnde Gläubigkeit ewige Höllenstrafen verhängt und an wie vieles noch lässt sich nicht ewig glauben. Der Orthodoxe täusche sich doch nicht. Die logischen und moralischen Mängel der hergebrachten Glaubensreligion haben viele Selbstdenker mit einem solchen Widerwillen erfüllt, dass sie von Religion überhaupt nichts mehr wissen wollen. Und der Ansicht huldigen, ein ehrlicher Freigeist müsse religionslos sein. Ich mag mit dieser Richtung nicht rechten, weil der Streit zunächst auf einen bloßen Wortstreit hinauslaufen würde. Was bedeutet das Wort Religion? Mit der Antwort auf diese Frage ist zugleich unsere Stellung zur Religion präzisiert. Meint man mit dem Wort der Religion nichts als Aberglauben, ein Erbteil aus rückständigen Kulturen, so lehnt man natürlich alle Religionen ab und lässt sie allenfalls nur noch als Bändigungs- und Trostmittel für die rohe Volksmasse gelten. Indessen kann man etwas ganz anderes unter Religion verstehen. Für mich, und die Religionsforscher werden mir vielfach beistimmen, ist Religion eine Deutung der Welt und des Menschenlebens, welche jene Frage innerlich veranlagter Persönlichkeiten zu lösen sucht. Welchen Sinn hat das Ganze und was soll ich darin? Alle Religionen der verschiedenen Zeiten und Völker haben eine Antwort darauf versucht, und zwar vom Standpunkt ihres jeweiligen Ideenkreises. Sie haben dabei nicht bloß ihr Gemütsleben, ihre sittlichen und poetischen Vorstellungen berücksichtigt, sondern auch ihre Wissenschaft und Vernunft. Oder doch, was sie für Wissenschaft und Vernunft hielten. Wenn wir Kinder der Neuzeit die alten Glaubensreligionen vernunftwidrig, wissenschaftsfeindlich und sittlich rückständig nennen, so hat dies Urteil nur insofern Berechtigung, als unsere Wissenschaft Vernunft und Sittlichkeit eben eine andere, vielfach gewiss eine höhere Stufe einnimmt, als jene Bildung, die sich in den alten Glaubensreligionen ausgedrückt hat. Mag die Religion mit einer bestimmten Wissenschaft in Fehde liegen, so schließt sie doch keineswegs die Wissenschaft überhaupt aus. Im Gegenteil, jede wahrhaft lebendige Religion wird mächtige Wurzeln in das aktuelle Kulturleben ihrer Zeit erstrecken, Kraft daraus zu saugen. Und wenn eine Religion sich scheu und grollend von neuer Wissenschaft abkehrt, so verrät sie hierdurch, dass sie veraltet ist und nur noch durch äußerliche Mittel sich eine Weile behaupten kann. In dieser Verfassung befindet sich die Glaubenslehre der Kirche heutzutage und das sollte Berücksichtigung finden, sowohl bei denen, die dem Volke die alte Religion erhalten möchten, als auch bei den religiösen Neuerern. Wie die eigentümliche Leistung der Religion, die Deutung des Weltsinnes, nicht ohne Wissenschaft zustande kommt, so auch nicht durch bloße Wissenschaft. Was ich bloße Wissenschaft nenne, sind Kenntnisse, die von keiner anderen Erlebnisform als vom Verstande erfasst und geordnet worden sind und in Fächern ohne lebendige Verbindung nebeneinander liegen. Weltanschauung ist mit solcher Einseitigkeit und Zerfahrenheit unverträglich. Allumfassend muss Weltanschauung sein. Und zwar nicht bloß hinsichtlich des Objekts, auf das sie sich erstreckt, sondern auch hinsichtlich des Subjekts. Allumfassend die Weltanschauung heißt, sie als ganzer Mensch erleben, mit allen Formen unseres Bewusstseins und zugleich einheitlich. Wenn wir Goethe als ein Ideal allseitig und harmonisch entwickelten Menschentums verehren, wie Napoleon von ihm sagte, das ist ein Mensch, so dürfen wir auch wohl Goethes Art, die Welt anzuschauen, zum Muster nehmen. Seine sinnliche Anschauung ergänzte er durch die innerliche und nicht bloß verständig, sondern zugleich mit Künstlerfantasie. Als Gemüt und als Charakter erlebte er die Welt. Den Stoffreichtum, den sie ihm bot, vergalt er durch Reichtum der Verinnerlichung. Im Innern ist ein Universum auch. Stets Vollmensch fühlte Goethe lebhaft, wie eine bloß äußerliche und verständige Betrachtung das Leben eng und arm macht. Solche verödende Wirkung warf er dem materialistischen System de la Natur vor. In seiner Lebensgeschichte erzählt er von dem tristen Eindruck, den diese Verkehrung des lebendigen, pulsivollen Kosmos in einen toten, öden Mechanismus auf sein Gemüt ausübte. So grau, so zimmerisch, so totenhaft kam ihm das Buch vor. Die rechte Quintessenz der Greisenheit. Unschmackhaft, ja abgeschmackt. An die Stelle der geschmückten großen Welt setzte es eine Materie von Ewigkeit her bewegt und aus der Bewegung rechts und links und nach allen Seiten glaubte es, die unendlichen Phänomene des Daseins ableiten zu können. Nachdem es einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, möchte es dasjenige, was höher als die Natur oder als höhere Natur in der Natur erscheint, zum materiellen, schweren, zwar bewegten, aber doch richtungs- und gestaltlosen Natur verwandeln. Wenn wir von den Enzyklopädisten reden hören oder einen Band ihres ungeheuren Werkes aufschlagen, so war es uns zumute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug- und Verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichkeit einer auf das mannigfaltigste ineinandergreifenden Anstalt in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu verfertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leib trägt. Der Grund, weswegen die einseitig äußerliche und verständige Betrachtung uns das frische Leben verleiden kann, ist der Umstand, dass sie unserem Leben einen Raub antut, indem sie seine Blumen verwüstet, nämlich seine Beziehungen zum Gemüte und zur Fantasie. Das idealistische Herz muss unter der Tyrannei des Verstandes entweder entsagend verkümmern oder zu einer Rebellion getrieben werden, die unsere Persönlichkeit mit sich selber uneins macht, sodass wir vor Zerrissenheit und Gebrochenheit nicht zu vollem heile und voller Kraft gelangen. Diese trübe Seelenverfassung grassiert heutzutage, weil unsere Kultur sich noch keine Weltanschauung angeeignet hat, in der Kopf und Herz, Wissenschaft und Gemüt harmonisch wie in einer guten Ehe vermählt sind. Mit der Äußerlichkeit und Oberflächlichkeit unserer Kultur hängt eine falsche Schätzung fachmännischer Spezialisierung zusammen, die vermeintlich das Goethe-Wort beherzigt, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. In Wahrheit aber nicht Beschränkung, sondern Beschränktheit groß sieht. Das ist eine Fachsimpelei, die unsere Lebensgebiete nicht als innerlich verbundene Zusammengehörigkeiten, sondern als Schubfächer mit starren Grenzen betrachtet. Unsere widerspruchsvolle Kultur lässt den Theologen vor Schülern und Studenten feierlich behaupten, Wasser könne durch priesterliche Weihe in Blut verwandelt werden. Einem Kandidaten der Chemie aber, der diese Behauptung in seiner Fachprüfung beherzigen wollte, würde sie das Diplom verweigern. Ihrer Logik rühmt sich unsere Kultur, doch sie beherzigt sehr wenig jene tiefere Logik, die ich den Logos der Persönlichkeit nennen möchte. Das griechische Wort Logos, das zu Beginn des Johannes-Evangeliums eine Rolle spielt, im Anfang war der Logos, bedeutet weit mehr als das Wort. Wie Luther übersetzt, Logos ist die Logik der Weltentwicklung, der schöpferische Sinn des Lebens. Wenn das Weltall nicht sinnlos ist, wenn es einen kosmischen Sinn gibt, so muss er sich auch in dem bedeutsamen Glied des Weltalls betätigen, das wir als unsere Persönlichkeit erleben. Eine unsinnige Verfassung, der Fluch der Konfusion wäre unserer Persönlichkeit zugefügt, wenn sie notwendig mit sich selbst zerfallen bliebe, wenn Kopf und Herz, Realismus und Idealismus unverträglich nebeneinander hergehen müssten. Indem ich der Persönlichkeit empfehle, wenigstens hypothetisch einen Wälzen gelten zu lassen und den Logos als ihren Lebensgrund zu betrachten, möchte sie zur Widerspruchslosigkeit, zur Übereinstimmung mit sich selbst anleiten, zur Harmonie von Verstand und Gemüt. Was Goethe an dem materialistisch-mechanistischen System der Natur aussetzt, die einseitig sinnliche und verständige Betrachtungsweise, die den anderen Kräften unserer Persönlichkeit einen Dämpfer aufsetzt, ist ein charakteristischer Zug der äußerlichen Kultur. Sinnlichkeit und Verständigkeit bilden jene Oberfläche des Erlebens, bei der es die äußerliche Kultur gern bewenden lässt. Wer hingegen, wie Goethe, den Standpunkt des Künstlers des fühlenden und wollenden Gemüts zur Geltung bringt, reagiert mit seiner Tiefe und sucht innerliche Kultur. Daher ruft Goethe, der bloß physischen und verständigen Betrachtung, die sich an die äußere Schale der Natur beschränkt, anzüglich zu. Ins Innere der Natur, oh du Philister, dringt kein erschaffener Geist. Mich und Geschwister mögt ihr an solches Wort nur nicht erinnern. Wir denken, Ort für Ort sind wir am Innern. Glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Das höre ich 60 Jahre wiederholen. Ich fluche drauf, aber verstohlen. Sage mir tausend, tausend Male. Alles gibt sie, reichlich und gern. Natur hat weder Kern noch Schale. Alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Wenn nun auch die Kleinmütigen entgegnen. Wir kennen dich, du Schalk. Du machst nur Possen. Vor unserer Nase doch ist viel verschlossen. So bleibt Goethe doch seinem Evangelium getreu, indem er ähnlich wie Schopenhauer geltend macht. Ihr folget falscher Spur. Denkt nicht, wir scherzen. Ist nicht der Kern der Natur Menschen im Herzen? Das kernhafte, tiefinnerliche Erlebnis. Die Art, wie unser Herz mit seinem Idealismus das sinnliche Wahrnehmen und verständige Erfassen der Dinge begleitet und zur Einheit ergänzt, ist das eigentümlich Religiöse an aller Weltanschauung. Und weil es sich hier um eine kernhafte Tätigkeit handelt, eben deshalb ist alle echte Religiosität und alle erlebte Weltanschauung etwas so Persönliches, dass man sagen darf, so viel Köpfe, so viel Religionen und Weltanschauungen. Wo aber Religion und Weltanschauung als Gemeinschaftsbewegung auftritt, wird sie meist zur oberflächlichen Form ausgeprägt. Sei es nun zu einer Moral, sei es zu einem Dogmen und Zeremoniendienst, sei es auch zu einem politisch-sozialen System. Wir haben es dann mit veräußerlichter Kultur zu tun, die unfähig ist, das zu leisten, wonach der Schatzgräber innerlicher Kultur verlangt. Ich meine lebendige, aus der Persönlichkeit gezeugte, daher überzeugende Deutung des Weltsinnes. Weil also die Lebensfrage innerlicher Kultur im Arcanum des Menschen wurzelt, dass in seiner tiefsten Eigenart den Mitmenschen ein Buch mit sieben Siegeln bleibt, darum ist die zentrale Lebenskraft innerlicher Kultur ein Erlebnis der persönlichsten Art. Alle Oberflächenformen, alles Intellektuelle hat es derart abgestreift, dass es sich nur noch in künstlerischen, gefühlvollen Sinnbildern mitteilen lässt. Moderne Verständelei nennt solch tiefinnerliches Erlebnis Mystik und sieht gern darauf herab, wie auf eine Blase religiösen Wirrwarrs. Moderne Verständelei hat eben vor lauter Sozialsinn jenen tiefen Individualismus verloren, der die Freiheit nicht bloß in der äußeren Lebensführung respektiert, sondern im gestaltenden Urgrunde der Persönlichkeit. Hiermit will ich nicht schrankenlosem Gemütsindividualismus das Wort reden. Der harmonische Mensch, der mir als ideal vorschwebt, wird nicht einer innerlichen Anarchie sich ergeben, die ihn unter seinesgleichen wie einen Irrsinnigen isoliert, sondern er wird den Verstand und den Wirklichkeitssinn, den er übereinstimmt in sich selbst und in seinen Mitmenschen vorfindet, als einen Prüfer und Richter gelten lassen. Wenn die Mystik vor diesem Forum bestehen kann, dann mag sie höchste Lebenskraft zu entwickeln suchen, aus jenem Kern der Natur Menschen im Herzen, von dem der cherubinische Wandersmann singt, Mensch, in dem Ursprung ist das Wasser rein und klar. Trinkst du nicht aus dem Quell, so stehst du in Gefahr. Ende von Innerliche Kultur Lesen ist ein großes Wunder Von Marie von Ebner Eschenbach Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Lesen ist ein großes Wunder Was hast du vor dir, wenn du ein Buch aufschlägst? Kleine schwarze Zeichen auf hellem Grunde Du siehst sie an und sie verwandeln sich in klingende Worte, die erzählen, schildern, belehren In die Tiefen der Wissenschaft führen sie dich ein Enthüllen dir Geheimnisse der Menschenseele Erwecken dein Mitgefühl Deine Entrüstung Deinen Hass Deine Begeisterung Sie vermögen dich in Märchenländer zu zaubern Landschaften von wunderbarer Schönheit vor dir entstehen zu lassen Dich in die sengende Wüstenluft zu versetzen In den Sternfrost der Eisregionen Das Werden und Vergehen der Welten vermögen sie dich kennen Die Unermesslichkeit des Alls, dich ahnen zu lassen Sie können dir glauben und Mut und Hoffnung rauben Verstehen, deine gemeinsten Leidenschaften zu wecken Deine niedrigsten Triebe als die vor allen Berechtigten zu feiern Sie können auch die Gegenteiligen Die höchsten und edelsten Gedanken und Gefühle in dir zur Entfaltung bringen Dich zu großen Taten begeistern Die feinsten, dir selbst kaum bewussten Regungen deiner Seele In kraftvolles Schwingen versetzen Was können sie nicht Die kleinen schwarzen Zeichen Derer nur eine so geringe Anzahl ist Dass jeder einzelne von ihnen alle Augenblicke wieder erscheinen muss Wenn ein Ganzes gebildet werden soll Die sich selbst nie Sondern nur ihre Stellung zu der ihrer Kameraden verändern Und hinter die Rätsel dieser Eigenschaft, die ihnen anhaftet, zu kommen Uns den Weg zu ihren Geheimnissen zu eröffnen Wird einem Kinde zugemutet Und ein Kind vermag's Wenn das nicht ein Wunder ist Ende von Lesen ist ein großes Wunder Gelesen von Alice Stein Frankfurt 2024 Mein Onkel Bernhard Von Karl-Emil Franzois Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise der Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Mein Onkel Bernhard ist eigentlich nicht mein Onkel gewesen Noch hat er Bernhard geheißen Seine Schwester hatte einen entfernten Vetter geheiratet Das war die ganze Verwandtschaft Aber wenn nicht nach dem Blut So war er doch nach dem Herzen unser aller Onkel Die ganze Familie Soweit sie noch kurze Kleider oder Knabenjacken trug Wendete sich an ihn Wenn sie etwas haben wollte Denn er war stets von der Notwendigkeit Bunter Bilder, Bücher und schöner Puppen tief überzeugt Oder er gelangte doch leicht zu dieser Überzeugung Durch einen einzigen, bittenden Blick aus Kinderaugen Und wenn jemand etwas nicht haben wollte Schläge oder schellte So flüchtete er gleichfalls zu diesem kleinen, stillen Manne Der Onkel Bernhard schüttelte den Kopf Hielt eine kurze, aber gewichtige Rede Und ging dann als Vermittler zu den Eltern In der Regel glückte es ihm auch Das Gewitter abzuwenden Denn von den gütigen Müttern abgesehen Auch kein Vaterherz in der Sippe konnte ihm widerstehen Wenn er in seiner milden, ernsten Weise sagte Schlag die Kinder nicht Freue dich, dass sie dir leben und abblühen Nicht jeder hat es so gut Es war dies vielleicht nicht sehr logisch Noch lag darin besondere, pädagogische Weisheit Aber wie gesagt, kein Herz widerstand diesen Worten Und geschadet haben sie wohl keinem seiner Schützlinge Der ungebärdigste Range schämte sich Den Onkel Bernhard zu oft für sich bitten zu lassen Und schmerzlicher als die schneidigste Rute Dad es jedem, wenn ihm dieser Mann endlich zirnte Warum er so großen Einfluss auf uns hatte War uns selbst nicht klar Denn imponierend war er nicht Weder in seiner Erscheinung Noch in seiner Lebensstellung Ein dürftiges, gedrücktes Männchen Mit langem, hageren, furchenreichem Antlitz Welches durch einen grauen Spitzbart Nur noch länger und hagerer erschien Dieser Spitzbart wurde allmählich weiß Aber im Übrigen änderte sich das Antlitz nicht Und auch die Kleidung war ewig dieselbe Ein langer, dunkelgelber Rock Im Sommer aus Nanking Im Winter aus Wolle Außerdem Onkel Bernhard Trug kein Mensch in der ganzen Stadt Tschernowitz Einen solchen Rock Und kein Mensch führte auch eine solche Lebensweise Am frühen Morgen und am späten Abend Machte er lange, einsame Spaziergänge Und den Tag über saß er an seinem Stübchen Und schrieb auf längliche Papierstreifen Grause Hebräische Zeichen Das seien Beiträge für die hebräischen Zeitungen Erzählten die Leute Politische Artikel Und es sei eigentlich ewig schade Dass der kleine Mann das Deutsch Nicht so gut erlernt Um für die Wiener Blätter arbeiten zu können Denn er sei nicht bloß ein großer Talmudist Sondern auch ein scharfer Schreiber Und ein anderer wirklich Onkel Salomon Brunstein Pflegte immer zu sagen Der Zar in Petersburg soll täglich Gott danken Dass unser Bernhard nicht Deutsch kann Von dem Ertrag dieser Arbeiten Und den Zinsen eines kleinen Vermögens Lebte der Mann Und er sparte noch so viel Um alle Kinder, die er kannte Häufig durch Geschenke zu erfreuen Das war aber auch die einzige Freude In seinem dunklen, einsamen Leben Und wenn wir ein halbes Dutzend Drangen Auf seine Stube rückten So konnte er mit uns spielen und fröhlich sein Und so herzlich lachen Dass ihm die Tränen ins Auge tragen Wir begriffen gar nicht Warum die Erwachsenen immer sagten Der Onkel Bernhard sei doch eigentlich Der unglücklichste Mensch Den diese Erde trage Kinder sind selten scharfe Beobachter Vielleicht waren auch jene Tränen Die ihm so jählings über die Wangen rannen Keine Freuden drehen Vielleicht zuckte sein armes, zertretenes Herz Nie schmerzlicher, als wenn er mit den fremden Kindern Lachte und spielte Alles an diesem Manne hatte seine Geschichte Die Furchen im Antlitz, der lange, gelbe Rock Und die länglichen Papierstreifen Es soll auch alles erzählt werden Und sorglich der Reihe nach Nur von dem langen, gelben Rock Berichte ich zuerst Dieses sonderbare Kleidungsstück War aus einem Kompromiss hervorgegangen Welchen der Onkel mit seiner Schwester Henriette abgeschlossen Er hatte im Schnitt gesiegt Und sie in der Farbe Als er vor manchem Jahr Aus seiner Heimatstadt In Russisch-Potolien Nach Tschernowitz gekommen Weil er nun niemand mehr auf Erden hatte Als eben diese Schwester Da trug er jenen langen, schwarzen Talar Wie ihn die Juden des Ostens Zu tragen pflegen Und nannte sich Wie er seit seiner Geburt hieß Bäre Schreinmann Aber die Schwester lebte nicht umsonst Bereits seit 15 Jahren In der deutschen Stadt Sie war aus einer schlichten Händel-Rheinmann Eine emanzipierte Henriette-Schwarzen-Tal geworden Und mühte sich Nun auch den Bruder Mit den Segnungen Einer fortgeschrittenen Kultur Zu beglücken Du musst Bernhard heißen Sagte sie ihm Und der kleine Mann Remonstrierte ein wenig Und fügte sich dann Und hieß Bernhard Du musst einen deutschen Rock tragen Gebot sie Aber dem setzte er Hartnäckigen Widerstand entgegen Nicht aus Abneigung Gegen die Kultur Sondern weil er sein Leben lang Den langen Weiten Bequemen Rock getragen Aber sie fuhr fort Ihn zu bestürmen Und so ließ sich Bernhard Seinen neuen Talar Aus dunkelgelbem Stoff machen Das war keine jüdische Tracht mehr Und Henriette war zufrieden Weitere Versuche Ihren Bruder Deutsch zu machen Unterließ sie Er selbst Aber rang freilich still Und verschämt Nach dem selben Ziel Ohne dass es jemand Genau wußte Er nahm Unterricht In der Sprache Die er bisher nur In einem korrumpierten Jargon gesprochen Der alternde Mann Wendete lange Jahre daran Das Hochdeutsche zu erlernen Viele mögen nach diesem Quell westlicher Bildung Sehnsüchtig gedürstet Viele mögen schmerzlich Danach gerungen haben Aber vielleicht Noch nie ein Mensch So innig So eifrig Wie dieser kleine Jüdische Schreiber Warum Ihn trieb nicht der Durst Nach Wissen Nicht die Hoffnung Das mühsam Errungene Einst gut verwerten zu können Ihn trieb keine Eitelkeit Sondern sein Herz Das zertretene Herz Welches sich rächen Und andere warnen wollte Bernhard Reinmann Wollte ein deutscher Schreiber werden Er wollte in deutschen Zeitungen Gegen Russland schreiben Was habe ich davon Seufzt er Wenn ich für den Hamakit Oder den Ibri arbeite Die beiden Hauptblätter In hebräischer Sprache Palmerston ließ nicht den Hamakit Und Thiers nicht den Ibri Ja, wenn ich für die Ostdeutsche Post schreiben könnte Oder gar für die Augsburger Allgemeine Aber dieser Herzenswunsch Ging nie in Erfüllung Er erlernte das Hochdeutsche So weit Um jedes Buch lesen Und verstehen zu können Zum Schreiben kam er nicht Sei es Dass ihm der Mut fehlte Oder dass er wirklich Zu spät begonnen Um die Schwierigkeiten Bewältigen zu können Je älter er Er wurde desto tiefer Nagte diese vergebliche Sehnsucht An seinem Herzen Was? Fragte er oft seine Besucher Indem er wehmütig Von den grausen Schriftzeichen Aufblickte Was tue ich jetzt? Ich flüstere Ich aber möchte schreien Dass mich die Gewaltigen Dieser Erde hören Und sich ihrer Bruder Erbarmen Nun quält ihn dieses Dürsten Längst nicht mehr Und seine Seele Ist befreit Von jedem Weh Auch von dem bittersten Das sie bedrückt Der nagenden Erinnerung An das gemordete Glück Denn mein Onkel Bernhard Ist tot Schon lange Lange Jahre Die Kinder weinten sehr Als man ihn begrub Denn Kinder sind egoistisch In ihrer Liebe Aber die älteren Leute Und seine Freunde Meinten Ihm war der Tod Ein Erbarmer Nun sieht er Weib Und Kinder wieder Nach denen er sich So sehr gesehnt Auch mein Onkel Brunstein Sprach so Nur fügte er noch hinzu Der Zar in Petersburg Kann sich freuen Dass Berisch Rheinmann Gestorben ist Ehe er in der Ostdeutschen Post Seine Geschichte erzählt hat Mein Onkel Brunstein War ein guter Und kluger Mann Aber ich glaube Dass er da doch Diese Geschichte Überschätzt hat Ich Der ich sie nun erzähle Bin fern davon Und was gar Den Zaren In Petersburg betrifft So hat sie Gar keinen Bezug Auf ihn Aber ich glaube Es ist doch Der Mühe wert Zu erzählen Wie Berisch Rheinmann Der unglücklichste Mensch wurde Den die Erde trug Wie Im Grunde Nur durch Ein Missverständnis Aber wehe Dem Staate In welchen Ein solches Missverständnis Passieren kann Das ist Der schlimmste Fluch Schlechter Menschen Sagt ein Weisheitsspruch Des Orients Dass sie nicht Gut werden können Selbst wenn sie wollen Das ist der Fluch Tyrannischer Staaten Dass sie nicht Gerecht sein können Selbst wenn sie wollen Dass sie auch da Zermalmen müssen Wo sie sich Mühen zu erheben Und zu beglücken Unzählige Wissen Gleich mir Um die Geschichte Dieses Mannes Wäre die Wahrheit Nicht ohnehin Allimmer Die einzige Göttin Der ich diene So zwänge mich schon Dieser äußere Grund Nichts hinzuzufügen Nichts Zu verschweigen Berisch Rheinmann War bis in sein Vierzigstes Jahr Ein glücklicher Mensch Armer Elternsohn Hatte er sich Aus eigener Kraft Ein ansehnliches Besitztum Einen fröhlichen Hausstand geschaffen Er war Getreidehändler In einer kleinen Stadt Des russischen Podoliens Dicht an der Österreichischen Grenze Das ist ein Handel Zu dem viel Klugheit und Glück Gehört Die Ernte Wird bei den Verlotterten Verhältnissen Der dortigen Edelleute Die nicht Zuwarten können Gewöhnlich schon Im Frühling An den Händler Verkauft So dass ihn Nicht den Grundbesitzer Alle Not Eines Missjahres Trifft Freilich auch Aller Segen Eines guten Jahres Man kann da Trotz aller Vorsicht Arm werden Freilich Auch in kurzer Zeit Zu Reichtum Gelangen Reinmann Wurde reich Zudem Hatte er Ein Liebesweib Und zwei Blühende Kinder Das Weib War kränklich Die Ehe War lange Jahre Kinderlos Geblieben Umso Ängstlicher Hegte Und pflegte Der Mann Den Segen Der ihm So spät Fast nicht Mehr erhofft Gekommen Auch sonst Hatte er Allen Grund Mit seinem Geschick Zufrieden Zu sein Er hatte Einen Ausgezeichneten Ruf Unter seinen Mitbürgern Und war Sich Bewusst Ihn Durch Wohltätigkeit Und Ehrlichkeit Vollaufverdient Zu haben Mit den Behörden Kam er gut aus Weil er die Welt Nahm Wie sie ist Er wusste Dass die beiden Gewaltigen Seines Heimatstädtchens Der Richter Und der Polizeimeister Nicht berechtigt Seien Geschenke Von ihm zu fordern Aber wenn sie es Taten So gab er ihnen Den gewünschten Nicht eben Niedrig bemessenen Tribut Er hatte keinen Grund Sie zu fürchten Aber er wusste Dass sie ihm leicht Das Leben sauer Machen konnten Wenn sie wollten Jeder tut Dachte er Ich werde Russland Nicht anders machen Da starb Der alte Polizeimeister Ein neuer Trat an seine Stelle Ich würde den Namen Gerne nennen Aber er ist mir Im Laufe Der Jahre entfallen Der Mann War eine Habgierige Bestie Wer es Gelinder ausdrücken Wollte Würde lügen Er hatte In der Armee Gedient Und war da Seiner Trunksucht Und einer Schmutzigen Geschichte wegen Entlassen worden Aber einer Der mächtigsten Beamten Des Gouvernements Potulian War sein Vetter Wer einen solchen Vetter hat Braucht in Russland Nicht zu sorgen Der schimpflich Entlassene Erhielt jenes Amt Welches ihn auch In Ehren Reichlich nähren Konnte Zu einem Ausschweifenden Leben Wie er es Führte Reichten freilich Die regelmäßigen Einnahmen Nicht hin Auch jener Ungesetzliche Tribut Nicht Den ihm die Leute Wie dem Vorgänger Ohne Widerrede Zollten Er erhöhte Den Tribut Er ließ sich jede Amtshandlung Zu der er verpflichtet War bezahlen Die Leute Murten Aber sie Fügten sich Reinmann war der Reichste Jude Im Orte Er hatte darum Mehr zu leiden Als die anderen Er musste Nicht bloß Die größten Summen opfern Sondern auch Im Vergleich Zu seinem Vermögen Größere als die Anderen Glaubensgenossen Aber er war Gleichwohl Der einzige Der nicht Murte Ich werde Russland Nicht anders Machen Wiederholte Er resigniert Sein Sprüchlein Und zahlte Aber gerade Diese Resignation Wart ihm Zum Verderben Wenn dieser Jude Dachte der Polizeimeister Tausend Rubel zahlt Ohne eine Miene zu verziehen So wird er Jammern Wenn ich Zweitausend Von ihm Verlange Aber er Wird sie Bezahlen Und danach Handelte auch Der Edele Bei der nächsten Gelegenheit Die er vom Zaune zu brechen Wusste Er irrte Der Jude Jammerte nicht Wohl Aber sagt er Nachdem er Das Geld Auf den Tisch Gezählt Herr Sie richten Mich zugrunde Das ist Keine Übertreibung Ich kann Es Ihnen Nachweisen Ich will Nicht Ihre Großmut Anrufen Aber Seien Sie Klug Ein kluger Wirt Schlachtet Nicht die Kuh Die Milch Gibt Der Polizeimeister Wurde Verlegen Dann Half er sich Durch einen Feinen Scherz Ihr seid Ja keine Kuh Bärisch Sondern ein Jude Also ein Schwein Bärisch Verzog Keine Miene Wer Als Jude In Russland Und Polen Aufwächst Wird Solche Scherze Gewohnt Beherzigen Sie Meine Worte Sagte Er Nur Noch Zum Abschied Der Polizeimeister Beherzigte Sie Wirklich Durch Volle Vier Wochen Dann Schickte Er Zu Rheinmann Und Lies ihn Um Ein Kleines Darlehen Bitten Wie Viel Fragte Der Jude Den Boten Tausend Rubel Die Gebe Ich Nicht Geht Der Bote Ein Junge Untergeordneter Beamter Stand Starr Verstaunen So Hatte Noch Nie Ein Jude Mit Ihm Zu Sprechen Gewagt Wenn Er Am Auftrage Des Gewaltigen Kam Bist Du Verrückt Fragte Er Geht Es War Etwas In Dieser Stimme Und Der Ausdruck Der Augen Was Den Jungen Menschen Fast Unheimlich Berührte Er Ging Rascher Als Er Gekommen Der Polizeimeister Schäumte Er Kam Auch So Gleich Warum Leist Du Mir Die Tausend Rubel Nicht Begann Der Polizeimeister Wenn Ich Darum Amtlich Vorgeladen Bin War Die Antwort So Will Ich Ihnen Den Grund Zu Protokoll Sagen Ich Werde Dich Zugrunde Richten Das Haben Sie Ohnehin Halb Getan Für Die Andere Hälfte Will Ich Mich Wehren Wehren Gegen Mich Weißt Du Wer Mein Vetter Ist Der Jude Wurde Entlassen Dem Polizeimeister Fiel es Nämlich Trotz Allem Nachdenkens Nicht Ein Warum Er Den Mann Eigentlich Amtlich Hatte Vernehmen Wollen Einige Tage Darauf Es War Gegen Ende Juni Wußte Er Eine Verschollene Längst Nicht Mehr Gehandhabte Verordnung Verbietet Es Den Juden Christliche Diener Und Tagelöhner Zu Halten Rheinmann Beschäftigte Das Ganze Jahr Hindurch An Fünfzig Christliche Schaffner Und Fuhrleute Und Zur Erntezeit Oft Ein Halbes Tausend Mehr Als Ihm Der Polizeimeister Das Verbot Publizierte Erbleichte Er Fasste Sich Er Rasch Ich Werde An Das Gouvernement Rekurrieren Erklärte Er Um Meinet Willen Wie Um Meiner Leut Willen Ich Werde Gänzlich Ruiniert Aber Auch Sie Werden Brotlos Und Sie Sind Ja Rechtgläubige Christen Die Entscheidung Kam Bereits Nach einer Woche Der Polizeimeister Habe Nach Dem Gesetze Gehandelt Dem Unbefugten Querulanten Wurde Eine Mutwillens Strafe Auferlegt Der Jude War Verzweifelt Aber Die Teilnahme Seine Glaubensgenossen Rettete ihn aus der Not Sie Standen Ja Gut Mit Dem Polizeimeister Sie Durften Christliche Arbeiter Halten So Übernahmen Sie Dann Alle Rechte Und Pflichten Rheinmanns Er Kam Dabei Nicht Ohne Schweren Verlust Weg Aber Das Schlimmste War Vermieden Bis Zum Herbst Blieb Alles Ruhig Der Polizeimeister Schien Des Tödlich Gehassten Mannes Nicht Mehr Zu Gedenken Da Wurde In einer Oktober Nacht Des Juden Haus Von Polizisten Umstellt Und Durchsucht Er Selbst Aus Dem Bette Gerissen Und Ins Gefängnis Geschleppt Mit Ketten Gefesselt Lag Er Dort Acht Tage Auf Faulenden Stroh Bei Wasser Und Brot Endlich Er Er Beschuldigt Wurde Er Habe Seinen Nachbar Dem Küster Ein Säckchen Getreide Gestohlen Dasselbe War Bei Der Haussuchung Im Keller Vorgefunden Wurden Und Der Küster Hatte Durch Eid Erhärtet Dass Das Säckchen Weizen Sein Eigentum Sei Und Ihm Kürzlich Abhanden Gekommen Das War Auch Gewiß Kein Mein Eid Aber Eben So Wenig Zweifelte Jemand Wieder Säckchen In Das Juden Haus Gekommen Durch Die Polizisten Selbst Bei Der Haussuchung Die Familie Des Unglücklichen Bot Alles Auf Ihn Aus Dem Kerber Zu Befreien Oder Mindestens Aus Den Händen Seines Tod Feindes War In Der Tat Seine Schuld So Offenkundig So Hatte Die Polizei Kein Weiteres Anrecht Auf Ihn Sondern Die Judizielle Instanz Der Stadtrichter Ein Tragisches Zusammentreffen Spurnte Noch Diesen Eifer Der Verwandten Das Weib Reimanns Ohnehin Immer Kränklich Und Hinfällig War Einige Tage Nach Seiner Verhaftung An Den Folgen Des Schreckens Und Aus Kummer Verschieden Sie Mühten Sich Daher Doppelt Den Beiden Verwaisten Kindern Mindestens Den Vater Baldmöglich Zurück Zugeben Der Stadtrichter War Ihnen Dabei Behilflich Vielleicht Auch Nicht Ohne Äußere Gründe Gleich Viel Er Bestand Energisch Auf Seinem Recht Den Gefangenen Ausgeliefert Zu Erhalten Der Polizeimeister Tat Es Gleichwohl Erst Dann Nachdem Er Von Den Verwandten 500 Rube Hierfür Erhalten Die Untersuchung Dauerte Kurz Der Angeschuldigte Wurde Trotz Des Korpus Delikti Freigesprochen Das Gericht Hieß es In dem Urteil Habe Gleichwohl Die Überzeugung Gewonnen Dass Ein Mann Von Dem Charakter Und Vermögen Rheinmanns Sich Unmöglich So weit Habe Vergessen Können Seinem Nachbar Ein Säckchen Weizen Zu Stehlen Auch Dies Urteil Mag Trotz Der Unschuld Rheinmanns Einiges Bargeld Gekostet Haben Es Ging Aber Nicht Anders Als Der Jude Wieder In Sein Haus Trat Und Den Tod Seines Weibes Erfuhr Entlud sich Sein Schmerz In Heißen Tagelangen Weinen Dann Aber Wurde Er Merkwürdig Ruhig So Ruhig Dass Es Den Kindern Und Verwandten Fast Unheimlich War Jetzt Will Ich Erst Mein Eigentliches Recht Suchen Sagte Er Und Wenn Sie Ihm Sein Eigenes Weißes Sprüchlein Vorhielten Du Wirst Russland Nicht Anders Machen So Schüttelte Er Den Kopf Und Sagte In Diesem Einem Stück Muss Ich Es Versuchen Wenn Ich Um Meinet So Doch Um Gottes Willen Er Der Ewig Gerechte Soll Auch Hier Nicht Zu Schanden Werden Was Er Plante Erzählte Er Niemand Man Erfuhr Es Erst Später Dass Er Habe Nach Petersburg Gehen Und Dem Zaren Seine Geschichte Erzählen Wollen Ein Zufall Scheinbar Günstig Ersparte Ihm Die Reise Ein Mitglied Des Kaiserlichen Hauses Sollte In den Nächsten Tagen Auf Seinem Wege Aus dem Ausland Nach Kiew Ein Nachbarstädtchen Passieren Und Dasselbst Nachtruhe Halten Dem Großfürsten Ging ein guter Ruf Voraus Man Sagte Ihm Nach Dass Er Eben So Edel Wie Energisch Sei Man Freute Sich Dass Ihm Ein Wichtiger Verwaltungsposten In Kiew Zu Gefallen Der Ruf Trug Nicht Das Sollte Auch Bärisch Reinmann Erfahren Es Kostete Ihn Viel Geld Und Mühe Noch Am Späten Abend Eine Audienz Bei dem Hohen Herrn Zu Erhalten Aber Als Er Vor Ihm Stand Da Schien Auch Alles Gewonnen Der Junge Prinz Hörte Ihn Trotz Der Ermüdung Leutselig An Und Geriet In Tiefste Erregung Entsetzlich Rief er Und rang Die Hände Die Tränen Traten Ihm In Die Augen Seine Rein Menschliche Anteilnahme Wie Sein Patriotismus Hatten Gleichen Anteil An Dieser Erregung Ich Danke Ihnen Rief Er Sie Haben Recht Derlei Darf Die Sonne Nicht Bescheinen Er Notierte Sich Alles Ausführlich Ich Werde Den Fall Untersuchen Lassen Strengstens Sofort Wenn Ich In Kiew Anlange Ich Werde Das Gouvernement Anweisen Das Gouvernement Fiel Ihm Der Jude Ins Wort Und Erzählte Ihm Die Geschichte Von Dem Vetter Wieder Geriet Der Fürst In Tiefste Erregung Das Ist Ja Furchtbar Rief Er Dann Sind Ja Auch Jene Verleumdungen Welche Elende Buben Im Auslande Er Stockte Es Übermannte Ihn Daß Ja Dann Jene Männer Im Exil Keine Elenden Buben Seien Und Ihre Anklagen Keine Verleumdungen Er Wendete Sich Ab Dann Trat Er Das Gebückte Männchen Hart An Lügen Sie Nicht Fragte Er Und Bohrte Ihm Die Blitzenden Augen Ins Antlitz Der Jude Hielt Den Blick Ruhig Aus Es Ist Alles Wahr Sagte Er Feierlich So Wahr Als Mir Meine Kinder Teuer Sind So Wahr Als Ich Hoffe Der Einst Wieder Mit Meinem Weibe Vereinigt Zu Sein Gut Sagte Der Groß Fürst Nach einer Pause Ich Werde Die Untersuchung Von Kiew Aus Direkt Führen Drei Wochen Waren Seit Dieser Unterredung Vergangen Da Erhielt Der Polizeimeister Eines Morgens Ein Telegramm Aus Kiew Aus der Kanzlei Des Groß Fürsten Es Lautete Der Kaufmann Berisch Reinmann Ist Zum Zwecke Amtlicher Untersuchung Unter Strengster Bewachung Sofort Hierher Einzuliefern Der Unhold Jubelte Nun Hatte Er Ja Sein Opfer Wieder In Den Krallen Das Telegramm Legte Er Sich So Aus Dass Das Obergericht Das Freisprechende Urteil Des Stadtrichters Bemängelt Habe Und Die Untersuchung Wegen Diebstahls Neuerdings Eröffner Er Ließ Reinmann Verhaften Fesseln Und Stellte Ihm Einen Zwangspass Aus Inquisit Von Kiew Requiriert Dann Beorderte Er Zwei Kosaken Die Den Unglücklichen Von Station Zu Station Das Heißt Von Gefängnis Zu Gefängnis Befördern Sollten Besonders Gefährlich Schrieb Er Noch Überdies Hinein Und Um Jeden Fluchtversuch Unmöglich Zu Machen Befahl Er Auch Zugleich Wie Die Kosaken Den Mann Eskortieren Sollten Zwischen Den Beiden Pferden Die Beiden Arme An Die Steigbügel Gebunden Das War Alles Was Er Vorläufig Für Seinen Tod Feind Tun Konnte Aber Für Dessen Kinder Konnte Er Mehr Tun Es Waren Dies Ein Sechsjähriger Knabe Und Ein Vierzehnjähriges Mädchen Die Blieb Nun Ganz Verlassen Die Mutter War Tod Der Vater Haft Das Gesetz Schreibt Vor Dass In solchen Fällen Sich Die Behörde Der Verlassenen Annehmen Müsse Der Polizeimeister Nahm Sich Ihre An Und Versorgte Sie Den Knaben Steckte Er In Das Nächste Griechisch Orthodoxe Kloster Welchem Hause Er Aber Das Mädchen Anvertraute Das Zarte Reine Bisher Ängstlich Behütete Kind Das Sträubt Sich Die Väter Nieder Zu Schreiben Es Dauert Lange Bis Man Von Der Grenze Nach Kiew Kommt Besonders Wenn Man Die Reise In Der Art Machen Muss Wie Bärisch Reinmann Hätte Ihn Nicht Eine Wilde Verzweifelte Energie Aufrechterhalten Er Wäre Wohl Den Unsäglichen Mühsälen Dieser Wanderung Erlegen Endlich Endlich War Kiew Erreicht Zwei Tage Saß Er Im Kerker Da Trat Am Dritten Morgen In Aller Großfürst Ist Trostlos Über Das Missverständnis Dessen Opfer Sie Geworden Sind Er Erwartet Sie In seinem Schloss Ein Missverständnis Murmelte Der Gebrochene Mann Und Lies Die Tränen Fließen Die Im Ungestüm Aus Den Augen Tragen Alle Qual Hatte Er Tränen Los Ertragen Die Jähe Rettung Warf I Fassungslos Nieder Auch Der Adjudant War Erschüttert Er Geleitete Den Wankenden Sorglich Zum Wagen Und Hob Ihn Hinein Der Großfürst Wird Ihnen Alles Aufklären Sagte Er Ich Bin Überzeugt Sie Werden Die Glänzendste Genugtuung Erhalten Der Jude Nickte Stimmt Mein Armes Weib Wird Doch Nicht Wieder Lebendig Dachte Er Und Was Ich Gelitten Habe Kann Mir Auch Niemand Ersetzen Und Vergüten Laut Aber Fragte Er Gnädiger Herr Wie Ist Es Zugegangen Der Adjutant Konnte Es Ihm Ganz Genau Erzählen Ein Missverständnis Betonte Er Es War In Der Tat Nur Ein Solches Als Der Großfürst In Kiew Ankam Erinnerte Er Sich Seines Versprechens Und Ließ Den Präsidenten Des Tribunals Zu Sich Bitten Um Den Fall Mit Ihm Zu Beraten Der Präsident Empfahl Den Juden Nach Kiew Kiew Komm Zu Lassen Um Vor allem Ein Sicheres Substrat Der Anklage Zu Gewinnen Und Ferner Weil Dieser Hauptzeuge Hier Unbeeinflusst Bleiben Können Denn Er Erinnerte Sich Aus Seiner Praxis Manchen Falles Wo Derartige Untersuchungen Zu Keinem Resultate Geführt Man Hatte Nämlich Inzwischen Auf Die Beschädigten Durch Drohungen Oder Geld So Energisch Eingewirkt Dass Sie Sich Ur Plötzlich Nicht Mehr Für Beschädigte Erachteten Der Großfürst Meinte Er Glaube Nach Dem Eindruck Den Ihn Der Mann Gemacht Wohl Nicht An Eine Solche Gefahr Stimmte Aber Im Übrigen Zu Dass Er Hierher Gebracht Werte In Seinem Eifer Übernahm Er Es Selbst Dies Zu Veranlassen Und Sagte Seinem Vortragenden Rat Sorgen Sie Dafür Dass Der Kaufmann Bärisch Reinmann Aus B. Sich Bald Möglichst Hier Ein Findet Aber Ein Vortragender Rat Führt Natürlich Solche Aufträge Nicht Selbst Aus Er Sagte Darum Einem Der Departements Chefs Der Kanzlei Der Großfürst Wünscht Dass Der Kaufmann X Bald Möglichst Hierher Gebracht Wird Sie Bürgen Mir Für Genaue Ausführung Es Ist Eine Amtssache Worauf Der Departements Chef Seinen Sekretär Auftrug Lassen Sie Den Kaufmann X Sofort Unter allen Vorsichts Maßregeln Und Strengster Bewachung Zum Zwecke Amtlicher Untersuchung Hierher Schaffen Der Sekretär Aber Wendete Sich Natürlich Sofort Telegrafisch An Jene Behörde Welcher Die Vollziehung Solcher Aufträge Für Ihren Sprengel Oblag An Das Polizeiamt Von B Der Jude Schwieg Als ihm Der Adjutant Diese Geschichte Auf Dem Wege Zum Schloss Erzählte Und Nickte Nur Immer Als Verstünde Sich Alles Von Selbst Was Da Geschehen Und Als Müsse Erst Billigen Dann Nachdem Er Eine Weile Mit Geschlossenen Augen Dagesessen Schlug Er Sie Plötzlich Voll Auf Und Sagte Mit Lauter Stimme Einen Hebräischen Spruch Versichen Was Heißt Das Wagte Der Offizier Ein Spruch Unser Väter War Die Antwort Übersetzen Lässt Er Sich Schwer Dieser Spruch Aber Einer Der Düsteren Dunklen Sätze Der Kabbalah Lautete Aus Fluch Wird Fluch Und Aus Sünde Wird Sünde Bis Ins Letzte Glied So Aber Die Sünder Fühlen Dass Ihr Maß Voll Ist Und Ihnen Kraut Vor Gottes Gericht Und Sie Wollen Büßen Und Sühnen So Wird Er Ihren Verstand Verfüren Und Aus Der Sühne Wird Wieder Sünde Werden Auf Dass Ich An Ihnen Erfülle Was Sie Verdient Der Groß Es soll Ihnen Gerechtigkeit Werden Versprach Er Und Hielt Auch Sein Wort Soweit Er Konnte Acht Tage Später Stand Der Abgesetzte Polizeimeister In Kiew Vor Dem Groß Fürsten Auch Der Jude War Zugegen Anfangs Leugnete Der Mann Heftig Je Erpressungen Geübt Zu Hab Und Hielt Es Unter Seiner Würde Sich Gegen Einen Solchen Notorischen Dieb Zu Verteidigen Aber Mitten Während Des Verhörs Wurde Dem Großfürsten Ein Telegramm Überbracht Welches Eben Aus B Angelangt Die Polizisten Hatten Dem Dorthin Entsendeten Untersuchungskommissar Gestanden Daß Sie Jenes Säckchen Mit Getreide Vom Polizeimeister Vor Der Hausung Erhalten Und Mitgenommen Um Es Dann Geschickt Im Keller Zu Finden Da Leugnete Der Elende Nicht Mehr Sank In Die Knie Und Winzelte Um Gnade Schon Zwei Tage Darauf Stand Er Vor Den Richtern Reinmann Wohnte Der Verhandlung Auf Der Zeugenbank Bei Die Prozedur War Kurz Das Urteil Lautete Auf Zwanzigjährige Zwangsarbeit In den Sibirischen Bergwerken Und Ersatz Der Erpressten Summen An Reinmann Nach Der Publikation Erbat Sich Der Ruchlose Das Wort Er Sagte Ich Weiß Dass Es Keine Appellation Gegen Das Urteil Gibt Und Nehme Es An Um Aber Dem Hohen Gerichtshofe Zu Beweisen Dass Ich Im Grunde Meines Herzens Doch Ein Guter Mensch Bin Will Ich Den Juden Hier Aus Der Besorgnis Reisen Die ihn Gewiss Um Seiner Kinder Willen Erfüllt Ich Habe Gut Für Sie Gesorgt Mein Herzens Freund Der Jude Beugte Sich Zitternd Vor Und Heftete Seine Augen In Todesangst Auf Manches Vereinsamten Jungen Mädchens Angenommen Hat So Alten Iwanowna Du Kennst Sie Bärisch Erkannte Sie Seiner Brust Entfuhr Ein Schrei So Wild So Schrill Dass Die Richter Entsetzt Von Ihren Sitzen Auffuhren Und Was Deinen Sohn Betrifft Wurde Unhüllt Fort So Musste Mir Gleichfalls Dankbar Sein Er Wird Nicht In Der Hölle Braten Wie Du Ungläubiger Jude Die Hochwürdigen Mönche Haben Ihn Getauft Er Wird In Christi Reich Eingehen Da Grip sich Der Unglückliche Ans Herz Und Sank Ohnmächtig Zu Boden Man Fürchtete Anfangs Er Werde Wahnsinnig Werden Oder Sterben Vor Schmerz Aber Das Menschenherz Kann Mehr Erdulden Als Man Gewöhnlich Glaubt Bäre Schreinmann Blieb Leben Der Großfürst Sorgte Dafür Dass Ihm Die Tochter Zurgegeben Wurde Den Sohn Konnte Auch Er Dem Vater Nicht Zuwenden Hier Hatte Seine Macht Ihre Grenze Wer In Den Schoß Der Herrschenden Recht Gläubigen Kirche In Rußland Aufgenommen Wurden Darf Ihr Nicht Wieder Entzogen Werden Schon Der Versuch Ist Ein Kapital Verbrechen Welches Mit Dem Tod Bestraft Wird Noch Heute Bäre Schreinmann Blieb In B Weil Sie Genesen Könne Sie Hatte Zu Furchtbares Erduldet Nach Ihrem Tode Übersiedelte Er Nach Tschernowitz Das Ist Die Geschichte Von Meinem Onkel Bernhard Ende von Mein Onkel Bernhard Mr. Augustus Minz War Ein Hagelstolz Von Ungefähr 40 Jahren Wie Er Selbst Sagte Von Ungefähr 48 Wie Seine Freunde Sagten Er War Stets Ausnehmend Sauber Akkurat Nett Vielleicht Etwas Pedantisch Eigen Und Lebte So Zurück Gezogen Als Immer Möglich Er Trug In Der Regel Einen Braunen Rock Ohne Falten Helle Beinkleider Ohne Flecken Ein Hübsches Halstuch Mit Einer Ausgezeichnet Artigen Schleife Und Führte Einen Braun Seidenen Regenschirm Mit Einen Elfenbeingriffe Er War Büroschreiber In Somerset Haus Oder Bekleidete Wie er Selbst Zusagen Pflegte Ein Amt Bei Der Regierung Er Bezog Einen Guten Gehalt Hatte 10.000 Pfund Im Vermögen Und Eine Belletage In Tavistock Street Covent Garden Inne Wo Er Seit 20 Jahren Gewohnt Fort Während Mit dem Hauswirte Gezankt Demselben Regelmäßig Am ersten Quartaltage Die Miete Aufgekündigt Und Am Zweiten Die Aufkündigung Widerrufen Hatte Zwei Geschlechter Der Geschaffenen Dinge Flößten ihm Den Tiefsten Und Grenzenlosesten Schauder Ein Nämlich Hunde Und Kinder Er War Nicht Lieblos Würde Aber Jeder Zeit Mit Der Lebhaftesten Freude Einen Hund Hinrichten Oder Ein Kind Erdolchen gesehen Haben Ihre Weise War Mit Seiner Ordnungsliebe Im Widerstreit Und Die Ordnungsliebe War Bei Ihm So Mächtig Als Die Liebe Zum Leben Mr. Augustus Minz Hatte Keine Anverwandte Weder Innen Noch Außerhalb London Mit Ausnahme Seines Vetters Mr. Octavius Budden Bei Dessen Sohne Den Er Nie Gesehen Denn Er Konnte Den Vater Nicht Leiden Er Sich Hatte Bewegen Lassen Durch Stellvertretung Gevattert Zu Stehen Mr. Budden Hatte Sich Im Wege Seines Geschäfts Des Kornhandels Ein Mittelmäßiges Vermögen Erworben Und Da Er Von Einer Großen Vorliebe Für Das Landleben Erfüllt War Ein Häuschen Nicht Weit Von Stamford Hill Angekauft Wohin Er Sich Mit Dem Weibe Seines Herzens Und Seinem Einzigen Sohne Master Alexander Augustus Budden Zurückgezogen Als Mr. Und Mrs. Budden Eines Abends Diesen Ihren Sohn Bewunderten Seine Manchfachen Vorzüge Erörterten Seine Erziehung Besprachen Und Die Frage Erwogen Ob Die Alten Sprachen In Den Kreis Seiner Studien Gezogen Werden Sollten Führte Mrs. Budden Ihrem Gatten So Dringend Zu Gemüte Wie Angemessen Es Wäre Ihres Sohns Wegen Mr. Minz Freundschaft Zu Kultivieren Dass Mr. Budden Zuletzt Versprach Es Solle Seine Schuld Nicht Sein Wenn Er Mit Seinem Vetter Künftig Nicht Auf einem Vertrauteren Fuße Stände Ich Will Das Eis Dadurch Brechen Dass Ich Ihn Zu Mittags Essen Auf Nächsten Sonntag Zu Uns Einlade Sagte Mr. Budden Seinen Grog Umrührend Und Seiner Gattin Einen Seitenblick Zuwerfend Um Zu Sehen Mrs. Budden Wer Weiß Wenn Wir Nur Erst Einmal Hier Haben Ob Er Nicht Unseren Alexander Lieb Gewinnt Und Ihm Sein Geld Vermacht Liebster Alec Setz Deine Füße Nicht Auf Die Stuhlleisten Du Hast Recht Vollkommen Recht Liebe Frau Sagte Mr. Budden Nachdenklich Als Mr. Minz Am Folgenden Morgen Beim Frühstück Saß Wechselsweise Einen Bissen Geröstete Brotschnitte Abbeißend Und Einen Blick In Die Morgen Zeitung Werfend Der Stets Vom Titel Bis Zum Namen Des Druckers Durchlas Hörte Er An Der Haustür Laut Klopfen Und Bald Darauf Trat Sein Bedienter Herein Und Überreichte Ihm Eine Sehr Kleine Karte Mit Sehr Großer Schrift Octavius Budden Emiliensitz Mrs. Budden Hieß Emilia Poplar Walk Stamford Hill Budden Rief Minz Aus Was Ich schliefe Noch Wäre Ausgegangen Und Käme Nie Wieder Nach Hause Oder Was Du Sonst Willst Dass Er Unten Bleibt Der Herr Kommt Aber Schon Herauf Sir Wendete Der Bediente Ein Und Hatte Offenbar Vollkommen Recht Denn Auf Der Treppe Ließ Sich Ein Schreckliches Stiefel Knaschen Vernehmen Das Von einem Trappelnden Geräusche Begleitet War Dessen Ursache Mr. Minz Sich Schlechterdings Nicht Zu Erklären Vermochte Führe Den Herrn Herein Sagte Der Unglückliche Hage Stolz Der Bediente Ging Und Octavius Kam Und Noch Vor Selbigem Erschien Ein Großer Weißer Hund In Einem Die Hälfte Seines Leibes Einhüllenden Wollkleide Mit Roten Augen Langen Ohren Und Ohne Erkennbaren Schwanz Die Ursache Des Trappelns Auf Der Treppe Lag Nur Zu Klar Am Tage Mr. Augustus Minz Hätte Vor Entsetzen Zu Boden Sinken Mögen Guten Morgen Liebster Wie Befinden Sie Sich Sagte Budden Beim Eintreten Wie Befinden Sie Sich Er Sprach Immer So Laut Als Er Konnte Und Wiederholte Dieselben Worte Ein Halbes Dutzend Male Wie Befinden Sie Sich Männchen Wie Befinden Sie Sich Selbst Mr. Budden Setzen Sie Sich Stotterte Der Noch Immer Fassungslose Minz Dankeschön Dankeschön Sehr Wohl Und Wie Steht Es Mit Ihnen Dank Ihnen Ich Befinde Mich Außerordentlich Wohl Sagte Minz Mit Einen Diabolischen Blicke Nach Dem Hunde Der Seine Vorderpfoten Auf Den Tisch Gelegt Hatte Und Soeben Eine Mit Butter Bestrichene Brotschnitte Vom Teller Nahm Um Sie Auf dem Teppich Die Butter Seite Nach Unten Zu Verzehren Ei Du Schelm Sagte Budden Zu Sein Hunde Sie Sehen Minz Er Macht's Wie Ich Selber Tut Immer Als Ob Er Zu Hause Wäre Wahrhaftig Ich Bin Grausam Heiß Und Hungrich Geworden Denn Ich Habe Den ganzen Weg Von Stamford Hill Bis Hierher Zu Fuße Zurück Gelegt Haben Sie Gefrühstückt Fragte Minz Nein Ich Fester Und Lassen Sie Noch Eine Teeschale Und Ein Paar Stücken Kalten Schinken Bringen Ich Tue Immer Als Ob Ich Zu Hause Wäre Sehen Sie Fuhr Budden Seine Schuhe Mit einem Tellertuche Abstäubend Fort Auf Ehre Ich Bin Hungrig Minz Klingelte Und Gab Sich Mühe Zu Lächeln Ich Bin Bestimmt In Mein Ganzen Leben Nicht So Heiß Gewesen Sprach Octavius Sich Aber Wie geht Es Ihnen Minz Bei Meiner Seele Sie Konservieren Sich Kapital Meinen Sie Sagte Minz Und Bemühte Sich Abermals Zu Lächeln Auf Meine Ehre Wie Befindet Sich Mrs. Budden Und Wie Heißt Er doch Alec Sie Meinen Alec Unseren Sohn Beide Wohl Alec Sehr Wohl Aber In Einer Wohnung Wie Wir Sie In Poplar Walk Haben Würde Er auch Nicht Unwohl Sein Können Selbst Wenn Er Wollte Als Ich Sie Zuerst Sah Mit Dem Garten Der Allgemeinen Eleganz Dem Messingenen Klöpfer Dem Grünen Steckett Und Was Weiter Dahin Gehört Dachte Ich Wirklich Sie Wäre Ein Kleines Wenig Über Meim Stand Sollte Ihnen Der Schenken Nicht Besser Schmecken Unterbrach Minz Wenn Sie Das Sein Aus Danke Sagte Ich Möchte Sie Doch Einmal Freundschaftlich Zu Uns Bitten Herunter Da Schlingel Der Bösewicht Von Hunde Verdirbt Ihnen Ihre Vorhänge Minz Minz Sprang Empor Als wenn Er Von Einem Elektrischen Schlage Getroffen Wäre Hinaus Willst Du Wohl Hinaus Rief Der Arme Orgastis Hielt sich Jedoch Nichtsdestoweniger In Ehrerbietiger Entfernung Von Dem Hunde Da Er Noch Vor Einer Halben Stunde In Der Zeitung Einen Bericht Über einen Wasserscheufall Gelesen Hatte Nach Vieler Mühe Großem Rufen Und Geschrei Und Wiederholtem Unter Die Tische Stoßen Mit Stock Und Regenschirm Wurde Der Hund Endlich Genötigt Das Feld Zu Räumen Worauf Er Sofort Das Fürchterlichste Geheul Erhob Und Zugleich So Beharrlich Die Tür Von Draußen Zerkratzte Dass Kaum Noch Eine Spur Von Farbe Zurück Blieb Der Hund Ist Kapital Für Das Land Bemerkte Badden Kaltblütig Während Minz Fast Von Sinnen War An Zwang Ist Er Freilich Eben Nicht Gewöhnt Doch Sagen Sie Minz Wann Wollen Sie Kommen Ich Nehme Platterdings Keine Entschuldigung An Warten Sie Mal Wir Haben Heute Donnerstag Wollen Sie Am Sonntag Kommen Wir Essen Um Fünf Uhr Nicht wahr Sie Sagen Nicht Nein Unaufhörlich Bestürmt Und Endlich Zur Verzweiflung Getrieben Nah Mr. Augustus Minz Die Einladung An Und versprach Am nächstfolgenden Sonntage Ein Viertel Vor Fünf Uhr In Poplar Walk Zu erscheinen Verlieren Sie Die Adresse Nicht Sagte Budden Die Kutsche Geht vom Blumentopfe In der Bishop Gates Straße Alle Halbe Stunde Ab Wenn Sie Vor Dem Schwane Anhält Werden Sie Gerade Gegenüber Ein Weißes Haus Bemerken Ihr Haus Ich Verstehe Fiel Minz Ein Der Dem Besuche Und zugleich Der Geschichte Ein Ende Zu Machen Wünschte Nein Nein Entgegnete Budden Es ist Grogu's Des Großen Eisenhändlers Haus Ich wollte Sagen Sie Gehen An Dem Weißen Hause Vorüber Bis Sie Keinen Schritt Mehr Weiter Können Sehen Dann Eine Mauer Vor Sich Auf Welcher Geschrieben Steht Man Nehme Sich Vor Dem Hunde In Acht Minz Schauderte Gehen An Ihr Etwa Eine Viertel Meile Hin Und Dann Wird Ihnen Jedermann Meine Wohnung Zeigen Sehr Wohl Danke Adieu Seien Sie Pünktlich Unfehlbar Guten Morgen Sie Haben Doch Meine Karte Ja Ja Ich Danke Ihnen Mr. Octavius Budden Ging Und Sein Vetter Sah Dem Nächst Folgenden Sonntage Mit Den Gefühlen Entgegen Mit Welchen Ein Armer Poet Den Wöchentlichen Besuch Seiner Schottischen Hauswirtin Erwartet Der Sonntag Kam Der Himmel War Hell Und Klar Die Straßen Wimmelten Von Geputzten Leuten Und Alles Und Jedermann Sehr Heiter Aus Mr. Augustus Minz Allein Ausgenommen Es War Ein Schöner Aber Auch Sehr Heißer Tag Und Nachdem Minz Die Flietstraße Cheapside Und Threadneedle Straße Auf der Schattenseite Mühsam Durchwandert Hatte War Er 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 Klecklich Warm Und Staubig Abfahrt An Kutsche Wenn Sie Nicht Im Augenblick Abfahren So Werde Ich Wieder Aussteigen Sagte Mr. Minz Der Nunmehr In Verzweiflung Geriet Weil Er Die Unmöglichkeit Erkannte Zur Bestimmten Zeit Nach Poplarwalk Zu Gelangen In Der Minute Sir Lautete Die Antwort Und Die Maschine Setzte Sich Wirklich In Bewegung Rumpelte Einige Hundert Schritte Über Das Pflaster Hin Und Hielt Aber Mal Still Minz Drückte Sich In Eine Ecke Und Überließ Sich Den Schwärzesten Gedanken Als Er Ein Kind Eine Mutter Eine Schachtel Und Einen Sonnenschirm Zu Reise Gefährten Erhielt Das Liebe Kind War Von Der Zutulichen Und Zärtlichen Art Hielt Minz Irrtümlich Für Seinen Vater Schrie Und Wollte Ihn Umarmen Sei Still Sagte Die Mutter Ihren Kleinen Liebling Zurückhaltend Der Mit Seinen Fetten Beinchen Vor Ungeduld Umher Strampelte Und Die Wunderbarsten Verschlingungen Machte Sei Still Das Ist Dein Papa Nicht Dem Himmel Sei Dank Nein Dachte Minz Und Der Erste Freudestrahle An diesem Tage Durchblitzte Gleich Eine Meteore Das Dunkel Seines Elends Bei Dem Knäblein Vermischte Sich Anmutig Scherzliebe Mit Zärtlichkeit Als Es Sich Überzeugt Hatte Dass Minz Sein Vater Nicht Wäre Machte Es Den Versuch Die Aufmerksamkeit Des Herrn Dadurch Auf Sich Zu Lenken Dass Es Die Sauberen Beinkleider Desselben Mit Seinen Schmutzigen Schuhen Rieb Ihn Mit Mamas Sonnenschirme Vor Die Brust Stieß Und Andere Kleine Der Kindheit Eigentümliche Liebkosungen Verübte Womit Es Sich Die Langeweile Der Fahrt Klärlich Zu Seiner Großen Belustigung Vertrieb Als Der Unglückliche Minz Vor Dem Wissen Alter Wenn Sie Zu Spät Zum Mittags Essen Kommen Nicht Ungewöhnlich Ist Nach Wenigen Minuten Erblickte Er Ein Gelbes Backsteinhaus Mit Grüner Tür Messing Klöpfer Grünen Jalousien Und Stacket Und Einem Garten Davor Das Will Sagen Einem Offenen Platze Mit Einem Runden Und Zwei Schief Dreieckigen Beeten Auf Welchen Ein Tannen Bäumchen Ein Paar Dutzend Zwiebel Gewächse Und Eine Unbegrenzte Anzahl Von Ringel Blumen Standen Mr. Und Mrs. Buddons Geschmack Offenbarte Sich Ferner Durch Zwei An Der Haustür Einander Gegenüber Auf Steinhaufen Mit Muscheln Sitzende Kupidos Auf Minz Klopfen Erschien Ein Kleiner Und Dicker Knabe In Brauner Livret Baumwollenden Strümpfen Und Kurzen Stiefeln Hing Seinen Hut An Einen Der Die Flur Höflich Halle Genannt Zierenden Messinghaken Auf Und Führte Ihn In Das Besuch Zimmer Das Eine Sehr Weite Aussicht Auf Die Hinterhäuser Der Nachbarn Beherrschte Nachdem Die Vorstellungsfeierlichkeit Vorüber War Nahm Minz Mit Nicht Geringer Unbehaglichkeit Platz Denn Einmal War Er Der Zuletzt Gekommene Und Sodann Fühlte Er Dass Er Als Der Löwe Von Etwa Einem Dutzend Leuten Betrachtet Wurde Die In Einem Kleinen Zimmer Beisammen Saßen Und Nicht Wussten Wie Sie Die Zeit Vor Dem Mittags Essen Die Langweiligste Von Allen Zeiten Hinbringen Sollten Nun Broxen Redete Badden Einen Ältlichen Herrn In einem Schwarzen Rocke Kurzen Beinkleidern Und Langen Gamaschen An Der Sich In Anschein Gegeben Hatte Die Bilder In einem Taschenbuche Zu Besehen In Der Tat Aber Beschäftigt Gewesen War Über Die Blätter Hinüber Minz Zu Mustern Nun Broxen Was Denken Die Minister Zu Tun Werden Sie Abtreten Oder Was Sonst Wirklich Sie Wissen Ich bin Der Letzte An Den Man Sich Wenden Muss Um Neuigkeiten Zu Erfahren Ihr Herr Vetter Wird Die Frage Seiner Stellung Nach Am Ersten Beantworten Können Minz Versicherte Dass Er Obwohl Er Ein Amt Bei Der Regierung Bekleide Keine Offiziellen Mitteilungen In Betreff Der Absichten Der Minister Ihrer Majestät Erhalten Habe Seine Entgegnung Wurde Offenbar Ungläubig Aufgenommen Es Entstand Eine Lange Pause Und Die Gesellschaft Suchte Dieselbe Durch Husten Und Reuspern Auszufüllen Bis Mrs. Budden Eintreten Veranlasste Dass Man Sich Allgemein Erhob Bald Führte Mrs. Budden Bis Vor Die Tür Des Besuch Zimmers Jedoch Nicht Weiter Da Die Treppe So Schmal War Dass Seine Ferne Regalanterie Dadurch Unmöglich Gemacht Wurde Beim Essen Ging Es Wie Gewöhnlich Zu Von Zeit Zu Zeit Vernahm Man Unter Dem Geklapper Der Messer Und Gabeln Und Dem Unterhaltungs Gesummel Die Stimme Mr. Budddens Wenn Derselbe Jemand Aufforderte Wein Mit Ihm Zu Trinken Und Den Gast Versicherte Erfreut Zu Sein Ihm Bei Sich Zusehen Auch War Ein Fortwährendes Parlamentieren Zwischen Mrs. Budden Und Den Aufwärtern Bemerkbar Wobei Das Antlitz Der Dame Alle Wetterglas Veränderungen Und Stadien Von Sturm Bis Zu Schönes Wetter Und Sehr Trocken Durchlief Als Der Nachtisch Und Der Wein Aufgetragen War Holte Der Bediente Einem Bedeutsamen Blicke Mrs. Buddens Gehorsam Master Alexander In Einem Himmelblauen Habit Mit Silbernen Knöpfen Und Mit Fast Ebenso Weißem Haare Herunter Nachdem Master Alexander Einige Lobsprüche Von Der Mama Und Einige Ermahnungen Zu Artiger Aufführung Vom Papa Erhalten Hatte Wurde Er Seinem Taufpaten Vorgestellt Nun Kleiner Du bist Ein Hübscher Knabe Nicht War Sagte Minz So Vergnügt Wie Eine Meise Auf Einer Leimrute Ja Wie Alt Bist Du Denn Nächsten Mittwoch Acht Jahr Wie Alt Bist Du Denn Alexander Fiel Die Mutter Ein Wie Kannst Du So Dreist Sein Mr. Minz Nach Seinem Alter Zu Fragen Er Fragte Mich Aber Wie Alt Ich Wäre Sagte Der Frühreife Liebe Knabe Dem Minz Nie Einen Schilling Zu Vermachen Von dem Augenblicke An Innerlich Fest Beschloss Es Entstand Ein Ziemlich Allgemeines Gekicher Und Als Dasselbe Wieder Aufgehört Hatte Rief Ein Kleiner Stets Lächelnder Mann Mit Rotem Knebel Barte Der Unten Am Tische Saß Und Während Des Ganzen Diners Bemüht gewesen War Einige Anekdoten Von Sheridan An Den Mann Zu Bring Seher Im Gönnertone Den Knäblein Zu Ehrlich Was für ein Redeteil Ist Sein Ein Zeitwort So war es Recht Mein Junge Sagte Mrs. Budden Mit dem Ganzen Stolze Einer Mutter Du Weißt Doch Aber Auch Was Ein Zeitwort Ist Ein Zeitwort Ist Ein Wort Das Etwas Sein Tun Oder Leiden Bedeutet Wie Ich Bin Ich Regiere Ich Werde Regiert Gib Mir Zu Der Als Hausfreund Zum Familienkreise Gehörte Oder Mit Anderen Wörten Von Mrs. Budden Stets Eingeladen Wurde Gleich Fiel Ob Es Mr. Budden Genehm War Oder Nicht Ich Will Dir Einen Apfel Geben Wenn Du Mir Die Bedeutung Von Sein Sagst Nein Entgegnete Das Knäblein Sehr Ungebärdig Ich Will Einen Apfel Haben Von Mama Und Du Kannst Deinen Apfel Behalten Und Papa Hat Gesagt Du Wärst Meine Herren Rief Mr. Budden Mit Stentor Stimme Und Sichtbarer Unruhe Darf Ich Sie Bitten Die Gläser Zu Füllen Ich Habe Eine Gesundheit Vorzuschlagen Die Herren Riefen Hört Hört Und Ließen Die Flaschen Herum Gehen Worauf Mr. Budden Fortfuhr Meine Herren Es Befindet Sich Ein Mann In unserer Mitte Hört Hört Rief Der Kleine Rotbart Dazwischen Bitte Seien Sie Still Jones Sagte Budden Und Fuhr Fort Wie Folgt Es Befindet Sich Ein Mann In unserer Mitte Dessen Anwesenheit Ohne Zweifel Zu Unserer Höchsten Freude Gereichen Und 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 Dessen Interessante Unterhaltung Uns Allen Das Lebhafteste Vergnügen Verschafft Haben Muss Dem Himmel Seid Dank Er Kann Mich Nicht Meinen Dachte Minz Der Seit Er Das Haus Betreten Keine Zehn Worte Gesprochen hatte Meine Herren Ich Selbst Darf Keine Ansprüche Machen Und Sollte Mich Vielleicht Entschuldigen Dass Ich Mich Durch Meine Freundschaft Und Zuneigung Für Den Verehrten Den Ich Im Sinne Habe Bewegen Ließ Mich Zu Erheben Und Seine Gesundheit Die Gesundheit Eines Mannes Vorzuschlagen Der Wie Ich Weiß Ich Wollte Sagen Dessen Tugenden Ihn Alle Denen Teuer Machen Müssen Die Kennen Und Dem Niemand Gram Sein Kann Der Ihn Nicht Kennt Hört Hört Rief Die Gesellschaft Ermutigend Und Beistimmend Meine Herren Sprach Baden Weiter Mein Vetter Ist Ein Mann Der Der Mein Anverwandter Ist Hört Hört Minz Stöhnte Hörbar Den Ich Mich Glücklich Schätze Hier Zusehen Und Der Uns Wenn Er Nicht Hier Wäre Sicher Des Großen Vergnügens Beraubt Haben Würde Dass Wir Alle An Seiner Gegenwart Empfinden Lautes Und Vielfaches Hört Meine Herren Ich Fühle Dass Ich Ihre Aufmerksamkeit Schon Gar Zu Lange In Anspruch Genommen Habe Und Erlaube Mir Mit Den Gefühlen Den Lebhaftesten Gefühlen Des 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 Vergnügens Half der Hausfreund Ein Des Vergnügens Ihnen Mr. Minz Gesundheit Vorzuschlagen Stehend Meine Herren Rief der Unermüdliche Kleine Rotbart Und Mit Allen Onneurs Haben Sie Die Güte Sich Nach Mir Zu Richten Er Schrie Vor Und Die Gesellschaft Schrie Nach Und Alle Blicke Waren Auf Minz Gerichtet Der Seine Verwirrung Dadurch Zu Verbergen Suchte Dass Er Auf Die Augenscheinliche Gefahr Zu Ersticken Potwein Hinunter Goss Nach Einer So Langen Pause Als Der Anstand Sie Zuließ Erhob Er Sich Allein Wie es In den Zeitungsberichten Heißt Wir Bedauern Gänzlich Außerstande Zu Sein Den Inhalt Der Rede Des Ehrenwerten Herrn Wiederzugeben Die Worte Anwesende Gesellschaft Ehre Vorkommende Veranlassung Und Ausnehmendes Vergnügen Die man Verstand Und Die er Von Zeit Zu Zeit Mit Einem Gesichte Wiederholte Das Ebenso Viel Verlegenheit Als Tief Empfundenen Jammer Ausdrückte Gaben Den Herrschaften Die Überzeugung Dass Er Vortrefflich Rede Und Sie Zollten Ihm Daher Als Er Sich Widersetzte Stürmischen Beifall Worauf Jones Der Schon Lange Seine Gelegenheit Erwartet Emporschoss Budden Sagte er Erlauben Sie mir Auch eine Gesundheit Vorzuschlagen Versteht sich Erwiderte Budden Und Rief Minz Mit Leiser Stimme Über Den Tisch Hinüber Zu Ein Verflucht Gescheites Männchen Seine Rede Wird Ihnen Ausnehmend Gefallen Er Spricht Über Alle Gegenstände Gleich Gut Minz Verbeugte Sich Und Mr. Jones Hup An Es Ist Bei Mehreren Gelegenheiten In Verschiedenen Fällen Unter Manchfachen Umständen Und In Gesellschaften Aller Art Mir Zugefallen Denjenigen Eine Gesundheit Vorzuschlagen In Händen Die Ehre Hatte Ich Bekenne Es Gern Denn Warum Sollte Ich Es Verhehlen Dass Ich Bisweilen Führte Wie Überwältigend Meine Aufgabe Und Wie Wenig Ich Derselben Gewachsen War Ist Dies Nun Aber Bei Anderen Gelegenheiten Der Fall Gewesen In Welchem Maße Muss Es Unter Den Außerordentlichen Umständen Der Fall Sein In Welchen Ich Mich Hier Sehe Hört Hört Meine Vorstellung Davon Geben Als Dadurch Dass Ich Mich Auf Einen Umstand Beziehe Der Mir Sonderbar Genug Eben Jetzt In Sinn Kommt Einst Als Der Wahrhaft Große Sheridan Man Kann Nicht Sagen Welche Neue Spitzbüberei Dem So Sehr Misshandelten Sheridan In Der Form Eines Scherzes Aufgebürdet Sein Würde Wenn Nicht In Dem Verhängnis Vollen Augenblicke Einer Der Aufwärter Atemlos Neuen Ur-Kutscher Unten Stände Um Sich Zu Erkundigen Ob Jemand Mit Zur Stadt Zufahren Wünsche Für Den Er Noch Einen Innen Platz Hätte Minz Sprang Auf Und Lies Sich Durch Die Zahllosesten Vorstellungen Bitten Und Verwunderungs Bezeigungen Von Seinem Entschluss Nicht Abbringen Den Vakanten Platz Anzunehmen Indes War Der Braun Seidene Regenschirm Nirgend Zu Finden Und Der Von Wo Er Ihn Mitnehmen Wollte Minz Entsann Sich Erst Nach Zehn Minuten Dass Er Den Regenschirm In Der Anderen Kutsche Hatte Stehen Lassen Und Gehörte Außerdem Keineswegs Zu Den Geschwindesten Es War Demnach Gar Kein Wunder Dass Er Im Schwane Erst Anlangte Als Die Kutsche Die Letzte Bereits Abgefahren War Es Mochte Drei Uhr Nach Mitternacht Sein Als Er Anwalt Hat Uns Im Strengsten Vertrauen Worin Wir Auch Den Lesern Die Mitteilung Machen Gesagt Dass Im Selbigen Weder Der Name Von Mr. Octavius Noch Der Von Mrs. Emilia Oder Der Von Master Alexander Budden Vorkäme Ende Von Mr. Minz Und Sein Vetter Seele Von Johannes Schlaf Dies Alle LibriVox Aufnahmen Sind Lizenzfrei Und In Öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise Zur Beteiligung An Diesem Projekt Gibt Es Auf LibriVox Punkt Org Unter Einer Blühenden Linde Sitz Ich Und Höre Den Feierlich Raunenden Einton Ihrer Bienen Von Unzähligen Bienen Hat Sie Eine Seele Sind Die Bäume Triad Und Hamatriaden Lebende Wesen Haben Sie Seele Aber Sie Sind Geistiges Wesen Alles Ist Ja Einheitlich Der Eine Geist Aber Sie Sind Widerspiegelung Fangpunkt Ausdruck Einheitlicher Seele An Dem Seele Ihrer Selbst Gewahr Und Gewiß Wird Gestalt Wird Sich Kennt Staunend Sich In Sich Selbst Fängt Und Sich Selbst Begegnet Tausendfältig Nein Ich Weiß Alles Alles Ist Dies Eine Lebendige Ewig Webende 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 Mystische Summebienchen Heimlicher Gottmitte Aller 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 Einbeschlossen In Ihr Heilig In Sich Geschlossene Selbst Genüge Nein Die Bäume Haben Keine Seele Sie Sind Seele Nein Ich Habe Keine Seele Wo Sollte sie In Mir Wo In Ihnen Stecken Es Ist Gesucht Wurden Doch Man Hat Nichts Der Gleichen Gefunden Ich bin das Eine, heilig fünffältig an mystischem Widerstand, sich in sich selbst brechende und gewahrende Weben, meiner fernen, lebendigen Gottmitte. Alles, was ist, ist sie, und nichts, nichts ist außer ihr. Dies ist gesammelte Allfülle von Erscheinung und die Seligkeit ihres ewig unerschöpflichen Staunens an sich selbst, ihr milliardenfältig sich an sich selbst brechendes Widerspiel. Wer lotete dies Mysterium aus, dass alles der eine in sich gefasste Gott punkt und doch sich erfassend in sich mit milliardenfältigen Seienden? Wer lotete dies Mysterium aus, dass das Gott eine doch in sich findet, milliardenfältige Seiende, dass es staunend ewig in sich ermesse, diese tiefe Alte ewig in ihm bei ihm Seienden? Und was war das, als Uranfang Geist, Seele, Gott von sich selbst ausging allum, als von mystisch fern in sich brausender Punktmitte, und an sich selbst fand schöpferischen Widerstand, als an einer fernen Rundgrenze, und sich zurückstaute gen Punkt, ewige Mitte und sich selbst? Und was war das, als in Punkt und Allmitte anhob winzig ein Zeugend kreisen und sich hineinweitete, in rundgestaute Allspannung und Widerstand seiner selbst, um auskreisend durch erhaben ungeheuerste Urschütterung, unermessliche Fangpunkte, Widerstrahlpunkte ewigen Gottlichtes und seiner selbst zu finden, Sternenheere entfachend und mit milliardenfältig strahlender Erscheinung, das Wunder seiner Urnachttiefe lichtend? Was war das? Und was erregte am Uranfang das brünstig-feurige Aufglühen, rundgeballten, sich drehenden Mittelkörpers? Was suchten diese lohnenden Kluten? Und wer suchte? Suchte Gott sein all die ewig Seienden? Oder regte sich ihr ewig unausgelebt erwachender Drang, also feurig, Als der ewig bei ihm Seienden, milliardenfältiger, emsiger Bienenschwärme, von Seienden und Schicksalen in ihm, ihn zu suchen, und die seligen Wunder seines Geisteslichtes und Tages zu schauen? Wer lotete die Tiefe dieses Mysteriums aus? Doch dies alles war erst Drang und Bau, waren die ausholend gewaltigen Vorbereitungen, damit umfassend Gott und Geist erwache an sich selbst, und ewige Einseele, erschaue ihr Spiel und bestrahle die ewig in ihr Seienden mit ihrem Geisteslicht. Das alles ist das Ausgewirkte, aber du siehst noch nicht das Auswirkende, das Lebendige siehst du noch nicht, nur seine widerstrahlende Auswirkung, den gewaltigen kosmischen Bau. Doch immer wirst du diesen Gegensatz eines lebendig ausstrahlenden und eines widerstrahlenden Gewahren. Wende dich hinab zur Urwurzel allen organischen Lebens, sie aus mütterlicher Urmeertiefe sich erheben, den verzweigten Riesenbaum der sich entfaltenden Lebewesen. Was war es, das kristallinisch die Breiten der Kontinente streckte und die gewaltigen Stücke der Urgebirge hob und dies hinter sich zurückließ als neue Grundlage und ein Spiel tausendfältig erhabener Schönheit, geistigen Charakters und geistiger Urcharaktere und als Widerschein ewigen Gottlichtes? Und was war es, dass über das Anorganische hinaus und über es empor, empor von der protoplasmatischen Grundwurzel des organischen Seins sich zweigte am grauenden Urmorgen des irdischen Daseins, dass das Leben Vorschritt zum Erwachen seines ewig einigen, gotteinbeschlossenen Bewusstseins, von sich abzweigte aber unterbewusst verharrende, Dämmerwelt des vegetabilischen Pflanzenlebens? Wieder erkennst du diesen Gegensatz des erwachend fortschreitenden, tätig wirkenden Lebens, Geistes und Gottlichtes und eines zurückbleibenden, Gottsein widerstrahlenden Untergrundes, damit es an ihm selbst sich auf eigenste und immer, immer nähere Weise gewahre und offenbare? Warum schrittorganisches Leben, warum lebendig vorwärts drängender Gottgeist nicht einheitlich empor, zur Höhe seines organischen Erwachens, sondern schob in die Tiefe des Wassers und über die Breiten der Kontinente und hinauf an den Stöcken der Gebirge, diese unermesslich, nach ewigen Grundtypen von Seele und Geistigkeit, ausgewirkter Entfaltung des Vegetabilischen? Wahrlich schuf der schaffende Gott und zweigte ab, von einiger Urwurzel des Organischen, das Reich der Pflanzen, deutlich zu einem Hinweis, das glühend rastlos immer vorwärts drängender Seele des organisch Lebendigen eine Nahrung sei, deren Einnahme nichts Lebendem Leid schaffe, also gütig war seines Ratschlusses Weisheit und also offenbar. Doch wie nährte sich lebendige Seele und erhielte sie sich selbst als ewig von sich selbst und durch sich selbst? Und was anderes nähme sie ewig in sich ein, wahrlich nicht einzig durch Mund und Magen, als heilig mathematische Urgrundtypen ihrer selbst, von was nährte sie sich als vom heilig göttlichen Urlicht ihrer selbst? Denn wahrlich lebt der Mensch nicht von Brot und Fleisch allein, sondern von Gott und sich selbst mit seinen grundgeistigen Sinnen. O Seele Lebendiger, nimm also auf und in dich ein ewige Nahrung! Ende von Seele Tagebucheintrag von Bettina von Arnim Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. So wollen wir dann das Kloster verlassen, in dem kein Spiegel war und in dem ich also während vier Jahren vergeblich die Bekanntschaft meiner Gesichtszüge, meiner Gestalt gesucht haben würde. Doch ist es mir in dieser ganzen Zeit nie eingefallen, daran zu denken, wie ich wohl aussehe. Es war mir eine große Überraschung, wie ich im 13. Jahr zum ersten Mal mit zwei Schwestern, umarmt von der Großmutter, die ganze Gruppe im Spiegel erblickte. Ich erkannte alle, aber die eine nicht. Mit feurigen Augen, glühenden Wangen, mit schwarzem, fein gekräuseltem Haar. Ich kenne sie nicht, aber mein Herz schlägt ihr entgegen. Ein solches Gesicht habe ich schon im Traum geliebt. In diesem Blick liegt etwas, was mich zu Tränen bewegt. Diesem Wesen muss ich nachgehen. Ich muss ihr Treue und Glauben zusagen. Wenn sie weint, will ich still trauern. Wenn sie freudig ist, will ich ihr still dienen. Ich winke ihr. Siehe, sie erhebt sich und kommt mir entgegen. Wir lächeln uns an und ich kann es nicht länger bezweifeln, dass sich mein Bild im Spiegel erblickt. Ach ja, diese Prophezeiung ist mir wahr geworden. Ich habe keinen anderen Freund gehabt als mich selber. Ich habe nicht um mich, aber oft mit mir geweint. Ich habe gescherzt mit mir und das war noch rührender, dass am Scherz auch kein anderer teilnahm. Hätte mir damals einer gesagt, es suchte jeder in der Liebe nur sich und es ist das höchste Glück, sich in ihr finden, ich hätte es nicht verstanden. Doch ist in diesem kleinen Ereignis eine hohe Wahrheit verborgen, die gewiss nur wenige fassen. Finde dich, sei dir selber treu, lerne dich verstehen, folge deiner Stimme. Nur so kannst du das Höchste erreichen. Du kannst nur dir treu sein in der Liebe. Was du schön findest, das musst du lieben oder du bist dir untreu. Ende von Tagebucheintrag Gelesen von Alice Stein Frankfurt 2024 Von Kindern und Katzen und wie sie die Nine begruben Von Theodor Staum Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Carsten Mit Katzen ist es in früherer Zeit in unserem Hause sehr Begänge gewesen. Noch vor meiner Hochzeit wurde mir von einem alten Hofbesitzer ein kleines Kaninchen-graues Kätzchen ins Haus gebracht. Er nahm es sorgsam aus seinem zusammengeknüpften Schnupftuch, setzte es vor mir auf den Tisch und sagte, da bringe ich was zur Aussteuer. Diese Katze, welche einen weißen Kragen und vier weiße Pfötchen hatte, hieß die Manschettenmiese. Während ihrer Kindheit hatte ich sie oft, wenn ich arbeitete, vorn in meinem Schlafrock sitzen, sodass nur der kleine, hübsche Kopf hervorguckte. Höchst aufmerksam folgten ihre Augen meiner schreibenden Feder, die bei dem melodischen Spinnerlied des Kätzchens gar munter hin und wieder glitt. Oftmals, als wolle sie meinen gar zu großen Eifer zügeln, streckte sie wohl auch das Pfötchen aus und hielt die Feder an, was mich dann stets bedenklich machte und wodurch mancher Gedankenstrich in meine nachher gedruckte Schriften gekommen ist. Die Manschettenmiese selber ist, wie ich fürchte, durch diesen Verkehr etwas gar zu gebildet geworden. Denn da sie endlich groß und dann auch Mutter manches allerliebsten Kaninchen-grauen Kätzchens geworden war, verlangte sie, gleich den feinen Damen, alle Zeit eine Amme für ihre Kinder. Und da die Nachbarskatzen sich nur selten zu diesem Dienst verstehen wollten, so sind fast alle ihre kleinen Ebenbilder elendiglich zugrunde gegangen. Nur einem kleinen weißen Kater zog sie wirklich groß, welcher wegen seines grimmigen Aussehens der weiße Bär genannt wurde und nachher aber eine Katze war. Später, da schon zwei kleine Buben lustig durch Haus und Garten tobten, waren zwei Katzen in der Wirtschaft, nämlich außer den vorbenannten noch ein Sohn des weißen Bären, genannt der schwarze Kater. Ein großer, ungebärdiger Geselle, vielleicht ein Held, aber jedenfalls ein Scheusal, von dem nicht viel zu sagen, als dass er besonders in der schönen Frühlingszeit unter schauderhaftem Geheul gegen alle Nachbarskater zu Felde lag, dass er stets mit einem blutigen Auge und zerfetztem Fell umherlief und außerdem noch seine kleinen Herren biß und kratzte. Von der Großmutter, der Manschettenmieße, die nachmals ganz berühmt geworden ist, wäre noch vielerlei zu berichten. Da sie aber in der Geschichte, die ich hier am Schluss erzählen will, nur ein einzig Mal Miau zu sagen hat, so soll's für eine schicklichere Gelegenheit verspart sein. Es geschah aber, dass unser mit drei Katzen also stattlich begründetes Heimwesen durch den hereingebrochenen Dänenkrieg gar jämmerlich zugrunde ging. Meine beiden Knaben und noch ein kleiner Dritter, der hinzugekommen war, mussten mit mir und ihrer Mutter in die Fremde wandern und, so gastlich man uns draußen aufnahm, es war doch in den ersten Jahren eine trübe, katzenlose Zeit. Zwar hatten wir ein Kindermädchen, welches Anna hieß, ihr gutes, rundes Gesicht sah allzeit aus, als wäre sie eben vom Taufabladen hergekommen, weshalb die Kinder sie die schwarze Anna nannten. Aber eine Katze in unser gemietetes Haus zu nehmen, konnten wir noch immer nicht den Mut gewinnen. Da, drei Jahre waren so vergangen, kam von selber eine zugelaufen. Ein weiß- und schwarz geflecktes Tierchen, schon wohl erzogen und von anschmiegsamer Gemütsart. Was ist von diesem Keiterchen zu sagen? Zum mindesten der Pyramidenritt. Da nämlich den beiden größeren Buben das gewöhnliche Zu-Bette-Gehen doch gar zu simpel war, so hatten sie es erfunden, auf der schwarzen Anna zu Bett zu reiten. Derart, dass sie dabei auf ihrer Schulter saßen und die kleinen Kinderbeinchen vorn herunterbaumelten. Jetzt aber wurde das um vieles stattlicher, denn eines Abends, da sich die Tür der Schlafkammer öffnete, kam in das Wohnzimmer zum Gute-Nacht-Sagen eine vollständige Pyramide hereingeritten. Über dem großen Kopf der schwarzen Anna der kleinere des lachenden Jungen, über diesem dann der noch viel kleinere Kopf des Käterchens, das sich ruhig bei den Vorderpfötchen halten und dabei ein gar behaglich und vernehmbares Spinnen ausgehen ließ. Dreimal ritt diese Pyramide die Runde in der Stube und dann zu Bett. Es war sehr hübsch, aber es wurde der Tod des kleinen Katers. Die guten Stunden, die er nach solchem Ritt zur Belohnung im Federbett bei seinem jungen Freunde zubringen durfte, hatten ihn so verwöhnt, dass er eines scharfen Wintermorgens, da er am Abend ausgeschlossen worden, tot und steif gefroren im Waschhause aufgefunden wurde. Und wieder kam eine stille, katzenlose Zeit. Aber wo fände sich nicht eine Aushilfe? Ich konnte ja vortrefflich Katzen zeichnen, und ich zeichnete. Freilich nur mit Feder und Tinte, aber sie wurden ausgeschnitten und aus dem Tuschkasten sauber angemalt. Katzen von allen Farben und Arten, sitzende und springende, auf Vieren und auf Zweien gehend, Katzen mit einer Maus im Maule und einem Milchtopf in der Pfote, Katzen mit Kätzchen auf dem Arme und einem bunten Vöglein in der Tatze. Den Preis über alle aber gewann ein würdig blickender grauer Kater mit raumwärtigen Antlitz. Ihm wurde in einer Kammer, wo die Kinder spielten, aus Bauholz ein eigenes Haus mit Wohn- und Staatsgemächern aufgebaut. Viel Zeit und Mühe war darauf verwandt worden, deshalb erhielt es aber auch das Vorrecht, vor den zerstörenden Eulbesen der Köchin durch strenges Verbot geschützt zu werden. Es hieß, das Hotel zur Schwarzen Anna und der alte Herr, welchen Namen der Graue sich gar bald erworben hatte, hat lange darin gewohnt. Selten nur verließ er seine angenehmen Räume, desto lieber, da es ihm an Dienerschaft nicht fehlte, versammelte er bei sich die Gesellschaft seiner Freunde und Freundinnen. Dann ging es hoch her, wir haben oft durchs Fenster geguckt. Fetter Rahm in Tassenschälchen, Bratwürstchen und gebratene Lärchen wurden immer aufgetragen, den Ehrenplatz zur Rechten des Gastgebers aber hatte allzeit ein allerliebstes weißes Kätzchen mit einem roten Bändchen um den Hals. Ob es eine Verwandte oder gar die Tochter desselben gewesen, haben wir nicht erfahren können. Außer solchen Festen lebte übrigens der alte Herr still für sich weg. Nur manchmal liebte er es, aus seinem Hause auf die Spiele der Kinder in der Kammer hinabzublicken, wozu er die bequemste Gelegenheit hatte, da das Hotel zur schwarzen Anna auf einer Fensterbank erbaut war. Dann stieß wohl eins der Kinder das andere an und flüsterte, »Seht, seht, der alte Herr steht wieder einmal am Fenster!« Auch seinen Geburtstag sollte er noch erleben. Zu diesem Feste, an welchem alle Kater und Katzen sich zur Gratulation versammeln sollten, bekam ich den Auftrag, sein Brustbild in Lebensgröße zu malen, was dann auch wirklich am Morgen des Festtages in einen breiten Goldrahmen gefasst im Saale des Hotels aufgehangen wurde. Aber es nimmt alles einmal ein Ende. Da wir eines Morgens aufgestanden waren, fanden wir ihn tot in seinem Bette. Ob er bei dem letzten leckeren Male sich zu viel getan, ob die ihm zugemessene Lebensdauer abgelaufen war, so viel steht fest. Was wir hier vor uns sahen, war nur noch seine entseelte Hülle. Also wurde ein Schächtelchen mit schwarzem Papier beklebt und ausgeschlagen und so ein Sarg daraus gemacht. Der alte Herr wurde hineingelegt und stand zur Parade in dem großen Saale des Hotels, wo von der Wand sein noch in aller Lebensfülle gemaltes Bildnis auf den Sarg herab sah. Endlich wurde er auf dem Steinhofe, ach, einen Garten hatten wir da draußen nicht, in das für ihn gegrabene Grab gesenkt und mit einem schweren Steine fest und dauerhaft bedeckt. Aber wer möchte nicht gern wissen, wie die Toten aussehen? Natürlich wurde der alte Herr nach einem halben Jahr wieder ausgegraben, sehr mit Schimmel überzogen vorgefunden, schaudernd und ganz genau betrachtet und dann endlich noch einmal und auch zum allerletzten Mal begraben. Für Kinder und alte Leute, welch ein erlösender Zauber liegt in dem Begraben. In der Heimat zur Zeit der Manschettenmieße, als die zwei ältesten Knaben ihre ersten Kittel noch nicht ausgetragen hatten, als sie für den großen Garten, der am Hause war, mit eigenem Schmierzeug noch versehen waren, in jener glücklichen Zeit gab es außer Katzen auch noch anderes Getier im Hause. Da war ein kleiner weißer Pudel, welcher Bube hieß, aber leider trotz des Tierarztes schon früh an einer Hundekinderkrankheit sterben mußte. Dann war ein weißes Kaninchen, welches Nine hieß, und außerdem noch eine weiße Taube, welche keinen Namen hatte, sonst aber sehr wohl federlos hätte heißen können. In dem geräumigen Taubenschlager auf dem Hausboden hatte sie einst mit vielen schönen Gefährten, Hahnschwänzen und Mohrenköpfen gewohnt und sich von dort aus lustig mit ihnen über den grünen Garten in der Luft getummelt. Aber eines Nachts war der Marder eingebrochen und sie allein blieb die Überlebende. Damit sie in dem großen, leeren Schlage nicht allzu sehr die Einsamkeit empfinde, wurde das Kaninchen ihr zum Gesellen beigegeben und da weder dieses von ihren Erbsen noch sie die Hundeblumenblätter des Kaninchens begehrte, so lebten sie wie Geschwister einträchtiglich beisammen. Wenn die Taube von ihren Ausflügen heimkam, klappte neben der Allzeit freudig mit den Hinterkäufen. Denn sie spielten dann Greif- oder Haschemännchen miteinander und da das Kaninchen sehr gut greifen konnte, so geschah es dabei ganz von selber, dass es seiner Freundin einen Mund voll Feder nach dem anderen abbiss. So wurde sie das Täubchen federlos und konnte nur noch mit den Posen fliegen. Aber weiter kam es nicht. Die Posen sollte sie behalten. Denn da die Knaben eines Morgens in den Schall hinanstiegen, flatterte das Täubchen federlos zwar noch um sie herum, Nine aber lag mit ausgestreckten Vieren tot und platt am Boden. Eilig stürmten sie die Treppen hinab und verkündeten im Wohnzimmer ihre Trauerkunde, wo ich ahnungslos bei meiner Tasse Tee saß. Wahrscheinlich hatte Nine sich an Taubenfedern totgegessen, indessen ich bedachte solches nicht und sagte ohne viele Umstände, da habt ihr es wohl verhungern lassen. Ob das Gewissen der beiden dennoch nicht ganz rein gewesen? Aber hilf Himmel, wie huben auf dieses Wort die kleinen Kerle anzuschreien. Kein Trost, kein Zuspruch half, die Tränen liefen ihnen stromweise über die Backen. Da trat mein Freund, der Doktor, der als Primana einst so schön die Klarinette spielte, in die Tür. Hallo, Junges, was ist da los? Die Augen wandten sich zu dem Sprecher und einen Augenblick lang stockte das Geheul. Doktor, rief der eine im wehmütigsten Klagelaut, unser Nine ist tot. Und wir haben es verhungern lassen, schrie der andere. Dann heulten sie beide wieder mit vereinten Kräften. Jungens, rief der Doktor, euer Nine wird nicht mehr lebendig. Aber wisst ihr das denn nicht? Wenn es tot ist, so müsst ihr es begraben. Begraben. Das Zauberwort war gesprochen. Das Geschrei verstummte, die Tränen wurden abgewischt, ein wahres Sonnenleuchten verklärte die Gesichter der beiden Kinder. Schon waren sie aus dem Zimmer und die Bodentreppe hinauf, und nicht lange, so kamen sie fröhlichen Angesichts mit dem Leichnam ihres Nine angezogen. Der eine hatte es an den Ohren, der andere an den Hinterläufen. So zogen wir mitsammen in den Garten hinaus. Als wir auf dem großen Steige waren, begegnete uns die Manschetten Miese. Miao, sagte sie, indem sie stehen blieb und uns ansah. Der Zug hielt und die Kinder sahen sie wieder an. Miete, sagte der Kleine noch einmal in seinen Klageton verfallend, unser Nine ist tot. Dann setzte der Zug sich wieder in Bewegung und Miete machte einen Buckel und sprang mit, um dem Begräbnis beizuwohnen. Der Doktor hatte schon den Spaten in der Hand und an der Geißblattlaube unter überhängenden Ulmenzweigen wurde nach reiflicher Erwägung die Städte auserwählt. Da wurde ich von der Markt ins Haus zurückgerufen und überließ dem Doktor allein die Leitung unserer Trauerfeierlichkeit. Drinnen im Hause erwarteten mich ganz Schuldner, von dem er weder Kapital noch Zinsen erhalten konnte und wir sprachen wohl eine halbe Stunde miteinander, auf welche Weise ihm zu beidem zu verhelfen sei. Als ich dann wieder in den Garten hinauskam, war der Doktor nicht mehr da. Auch der Körper des verstorbenen Nine war verschwunden und der Spaten lehnte an der Planke. Die beiden kleinen Totengräber aber, die natürlich ihr Schmierzeug anhatten, lagen neben der Geißblatt Laube auf den Knien und hatten einen kleinen, seltsam glänzenden Erdhügel zwischen sich, auf dem sie beide eifrig mit ihren rot karierten Taschentüchern rieben. Was macht ihr da? fragte ich, indem ich zu ihnen trat, denn diese Sache war mir völlig unverständlich. Da guckte der Kleine auf. Papa, sagte er, und sein Gesicht leuchtete so fröhlich wie droben kaum die liebe Himmelssonne. Ihr polieren Nina sein Grab mit Spucke. Und also endete dies vergnügliche Begräbnis. Ende von von Kindern und Katzen und wie sie die Nine begruben. Die zweite Versammlung des Bundes für Mutterschutz von Walter Borgius Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Die sexuelle Aufklärung des Kindes war der Gegenstand eines Vortragsabends, den der Bund für Mutterschutz im Großen Saale des Architektenhauses zu Berlin am Mittwoch, den 5. April veranstaltete. Als erster Referent erörterte Herr Dr. Max Marcuse vom ärztlichen Standpunkt aus die körperlichen, geistigen und sittlichen Schäden, welche die künstliche Erhaltung des Kindes in Unwissenheit über eines der wichtigsten Lebensgebiete nach sich zöge und begründete unter lebhaftem Beifall der Anwesenden die Notwendigkeit, mit diesem einer veralteten Moralanschauung entsprungenen System zu brechen. Als Co-Referentin erläuterte als dann die Lehrerin Fräulein Maria Liszniewska Spandau, wie der naturwissenschaftliche Unterricht in der Schule ein näheres Eingehen auf die Fortpflanzungsvorgänge geradezu logisch erfordere und wie in diesem Rahmen das Geschlechtsleben des Menschen auch hinsichtlich mancher heiklen Einzelheiten in durchaus taktvoller und ernster Weise dem Kinde verständlich gemacht werden könne. Der sehr bedeutsame Vortrag wird voraussichtlich demnächst in unserer Zeitschrift erscheinen. Lebhaftes Interesse erregten die Ausführungen einer Hamburger Lehrerin Frau Ruben, welche darlegte, dass man in Hamburg mit Erfolg Versuche mit einer Ausdehnung des Volksschulunterrichtes auf das sexuelle Gebiet gemacht, die Schulbehörde aber dies inhibiert und den Lehrerinnen bei Androhung eines Disziplinarvorgehens jedes Eingehen darauf in den Schulen untersagt habe. Es sei dann der Fall vorgekommen, dass ein 13-jähriges Mädchen gegenüber der Ermahnung, man müsse fleißig arbeiten, wenn man im Leben vorwärtskommen wolle, geantwortet habe, man könne auch ohne Arbeit vorwärtskommen und sie wolle Freudenmädchen werden. Unter lebhafter Zustimmung der Versammlung fragte die Referentin, ob hier nicht eigentlich eine Lehrerin Disziplinarstrafe verdient hätte, wenn sie über einen solchen Vorfall ohne sexuelle Aufklärung der Kinder hinweg ginge. Fräulein Dr. Medhacker erklärte, eine Aufklärung der Kinder durch die Eltern werde nicht dadurch ausgeschlossen, dass man sexuelle Gebiete im Lehrplan der Schule behandle. Letzteres aber sei schon der Einheitlichkeit wegen unerlässlich, zumal es viele Eltern geben werde, welche sich jener Aufgabe nicht unterzögen. Herr Dr. Haas polemisierte gegen die Auffassung, als ob man nun mit einer sexuellen Aufklärung des Kindes, welche er im Übrigen durchaus befürworte, alle möglichen Schäden des Geschlechtslebens zu tilgen in der Lage sei. Diese entspringen hauptsächlich der Tatsache, dass der Mann, weder wirtschaftlich noch seiner geistigen Reife nach, fähig sei, sich schon im Alter der erlangten geschlechtlichen Reife für das Leben an eine Ehefrau zu binden und deshalb zwischen Geschlechtsreife und Eheschließung eine etwa sechs- bis zehnjährige Zwischenzeit entstände. Hiergegen wendete Frau Lilly Braun ein, dass die Frage der sexuellen Aufklärung ja auch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Gebiete der sexuellen Ethik bilde, auf deren Gesundung der Bund für Mutterschutz hinarbeite. Nachdem sich noch Herr Dr. Med Hirschfeld zustimmend zu den Ausführungen des Referenten geäußert hatte, empfahl Herr Dr. Borgius, den trotz differierender Ansichten in Einzelheiten doch übereinstimmenden Grundanschauungen durch Beschluss einer Resolution Ausdruck zu verleihen, da man doch gerade auf die weiteren Kreise der Öffentlichkeit aufklärend propagandistisch wirken müsse. Die von ihm vorgeschlagene Resolution, welche mit allen gegen drei Stimmen angenommen wurde, lautet Die heute im Architektenhause versammelten ca. 300 Männer und Frauen sind der Überzeugung, dass die übliche Erziehung der Kinder in Unkenntnis des geschlechtlichen Lebens ernste Missstände nach sich zieht und deshalb eine frühzeitige sexuelle Aufklärung ein dringendes Erfordernis ist, in dessen Erstrebung sie sich mit dem Bunde für Mutterschutz einverstanden erklären. Dr. W. B. Ende von Die zweite Versammlung des Bundes für Mutterschutz Gelesen von Alice Stein Frankfurt 2024 24 24 24 23 23 Vielen Dank.